Und als ich in ihre runden, grauen Augen blickte, erkannte ich die Wahrheit. Sie ist nur eine stumme, hirnlose Kreatur. Sie darf frei herumlaufen, denn sie trägt ihr Gefängnisgitter in ihrem eigenen Kopf mit sich herum. Und es ist fest verriegelt. Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast. Eigentlich müssen wir uns ja nie vorstellen, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe immer so ein intuitives Bedürfnis gehabt, dass wir erst mal erzählen, wer wir sind. Aber es wird ja in unserem Intro gesagt und es ist übelst geil, dass mir das nach drei Jahren jetzt endlich mal auffällt. Naja, es ist halt, wir sind Hip-Hop sozialisiert und da gehört es ja eigentlich rein, dass man alle drei, vier Zeilen auf jeden Fall sagt, wer man ist, weil man sonst befürchtet, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wer man ist. Ja, stimmt. Also, Essa! Essa! Der King of Mike is back! Ja, voll. Ach stimmt, das hat schon sowas. Aber genau, ich finde Hip-Hop hat sehr Tourette-gezüge. Irgendwie, ja. Also, dieses Bedürfnis, überall dranpissen zu müssen. Ich habe das gemacht. Ich bin das, der hier rappt. Hallo! Ey, so wollte ich echt mal irgendwann mein Album nennen. Habe ich gemacht. Schön dumm, ey. Weil es ist ja auch so, es ist ja auch eine sehr niederschwellige Kunst, ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so der Grundgedanke. Mama, guck mal, ich habe was gemalt, ja. Guck mal, ohne Hände, mit Headset. Könntest du dir das vorstellen, auf der Bühne zu rappen ohne Mic in der Hand, mit einem Headset? Weil ich deine beiden Schwester... Ja, ja, genau. Nee, aber... Dann könnte man die ganze Zeit zwei Fickfinger zeigen. Ja, das wäre cool. Aber ich hätte lieber eine Animation im Hintergrund von einem riesen Fickfinger. Ich könnte, also bei meinen Coaching- und Motivationsseminaren könnte ich mir vorstellen, dass ich... Wer hat denn das gehabt? Das hat irgendjemand auf der Bühne gehabt. Einen riesengroßen, aufblasbaren Fickfinger. Wer ist denn das gewesen? Die Orsens? Nee, die hatten so eine Grille. War das nicht bei Orsens Island? Die hatten so eine Grille. Achso, okay, ja, keine Ahnung. Fickfinger, ist das... Ich glaube, Frauenarzt. Ich glaube, Frauenarzt hat da auf Tour so ein... Hat der nicht so ein Logo mit einer Krone irgendwie gehabt? Kann sein, ja. Von Proletiker. Ja, ne, das ist doch so eine Krone. Ich glaube, das ist so ein riesengroßer, aufblasbarer Fickfinger gewesen. Ja, hab ich... Naja, also wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Naja, ich befürchte jedenfalls so langsam, dass wir jetzt so viel über andere Leute geredet haben, dass die Leute jetzt komplett durcheinander sind und gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind. Deswegen würde ich jetzt einfach nochmal kurz den Einspieler dazu bringen. Mir gegenüber sitzt nämlich Edgar Einfühlsam. Das bin ich und ich gucke verliebt in Richtung Kollege Hartmann. Ihr könnt nämlich diese beiden Namen bei Instagram finden und ihr könntet uns folgen oder auch unserem Account von NichtdieEinzigen, dem könnt ihr auch folgen, aber da sind wir meist faul im Posten. Was bedeutet, ich bin da faul im Posten? Aber sei es drum, wer nicht faul ist im Posten, das ist nämlich Beatrice Bauer Fotografie, die nämlich das Foto zu unserem Podcast gemacht hat. Genauso wie Canna Music, der ist auch nicht faul. Der hat nämlich das Design zu unserem Artwork gemacht. Und Luise Fuckface bzw. Luise Funface von The Toten Crackhorn im Kofferraum spricht unser Intro. Wir sind nicht nur unfassbar humoristische und eloquente Podcaster, nein, wir sind auch verdammt nochmal eklig versifft grüne Gutmenschen und deswegen akkumulieren wir unsere Hörerschaft zu einer Art Armee, die die Möglichkeit hat, Spendengelder in unsere Richtung zu lenken, die wir jährlich oder pro Staffel für eine gute Aktion aufwenden. Dieses Jahr steht alles im Zeichen des Antifaschismus und des Demokratieerhalts. Deswegen möchten wir, wenn ihr irgendwie mal 5 bis 10 Euro übrig habt, dieses Geld sammeln und in Richtung der sehr wichtigen Arbeit des Korrektivmagazins lenken. Die ganze Spendenaktion findet ihr verlinkt in den Show Notes, da könnt ihr euch noch etwas breiter informieren. Ganz lieben Dank für jeden Euro, der den Weg in unsere Richtung findet. Getränkemarken, alles ist geklärt, ich feiere wie ein Pferd. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Also läuft es eigentlich schon wieder? Ja, ja. Ne. Weißt du nicht? Ne, sag mal. Aber ich habe extra mit sächsischem Dialekt gesprochen, also gerappt, weil das auch im Original mit sächsisch ist. Ah. T-t-t-t, Tanz auf dem Vulkan. Ach, Tretti. 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 Aber das war noch als Ronny Trettmann, als er noch einen Vornamen hatte. Als er noch cool war. Ja. Und jetzt heißt er bloß noch Trettmann und macht hier die Quarterback Immobilien Arena unsicher. Krass, ja. Abgefahren, was der für ein riesen Venue spielt. Der hat ja jetzt entkoppelt von Kitschkrieg erstmalig wieder Musik released, ne? Ach stimmt, das letzte alte... Ach hier, wie hieß das? Ich habe das gesehen, auf dem Cover ist so eine sich selbstfressende Schlange drauf gewesen, habe ich bloß gesehen. Ja, es ist eine EP mit vier Songs und quasi halber Neustart. Wer hat es produziert? Also da sind echt viele dabei. Ich habe auf jeden Fall gesehen, wo ich erstaunt war, dass irgendwie Max Herre im Hintergrund auch mit tätig gewesen ist. Dexter auch zum Teil. Also auf dem Cover waren relativ viele Produzenten verlinkt, ja. Genau, so dass du im Grunde genommen jetzt nicht mehr eine Soundschmiede hast. Das eine Song hat mir gefallen. Der Rest, einer war, war ich überrascht, wie schlagermäßig der teilweise war. Und aber ich kann da jetzt keine abschließende Meinung zu tätigen. Also das letzte Album war ja dann auch... Das ist, wofür wir hier bekannt sind. Das war's. So, Tretti ist durch damit. Der kann sein Konzert absagen, es wird niemand kommen. Das ist unsere Meinung. Dafür stehen wir. Nicht die einzigen, der Podcast. Influencer. Meinungsmacher. Meinungs-Podcast, Alter. Oh mein Gott, Alter. Auf jeden Fall. Nee, aber weil wir vorhin so ein bisschen bei Frauenarzt waren. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal kennst du den YouTuber Franz Pöckler? Nein. Franz Pöckler macht krasse Videos, wie zum Beispiel die rechte Ecke im Deutschrap. Hat jetzt schon 104.000 Aufrufe. Und ich bin in dieser Doku zu sehen, wie ich Präsident interviewe. Weil er relativ viele Künstler, es geht los mit Hollywood Hank, dann mit King Orgasmus und dann kommt er zu Präsident und da sind kurze Interviewausschnitte zu sehen, die sich so ein bisschen in den Kontext einreihen, aber dialektisch bearbeitet. Also es gibt jetzt, er sagt jetzt nicht, er macht generell sehr differenziert aufgearbeitete Videos, die nicht uninteressant sind. Auch schon zwei Stunden über Kollegas Verfall. Also da sind Steiger und die Ukraine, also kann man mal abchecken. Ist nicht ganz uninteressant. Was hat der für einen Background? Wo kommt der her, der Typ? Du merkst schon, der ist leidenschaftlicher Rap-Hörer erster Stunde. Gerade nur so von früher, so die ersten Kollegah und JAW-Sachen ist aber doch recht bildungsnah und auf jeden Fall hat er sich da auf eine ähnliche Art und Weise wie wir weiterentwickelt, was sein Weltbild in puncto Humanismus und politische Awareness angeht. Sodass er natürlich mit alter Begeisterung irgendwie flammend darüber berichtet, wie er früher Kollegah, JAW etc. gehört hat, aber natürlich da jetzt irgendwie auch im Denken so eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Manche Videos hören sich so klug an und du fragst dich manchmal, wo es hingeht. Aber es ist auf jeden Fall zum Versinken, zum Eskapieren ein schöner Tipp. Also wenn du Sonntag mal nicht vorhast, kann man... Ey, du wirst es nie kapieren, aber guck diese Videos, denn sie sind zum Eskapieren. Das war Freestyle, oder? Das war jetzt gefreestylt. Ja, war gut, auf jeden Fall. Ich komm jetzt back. Also die Leute wissen noch nicht, ich bringe jetzt drei Alben raus. Die sind komplett Freestyle aufgenommen. YouTube Beats und ja genau, Release ist am 20. April. Hat er nicht Hitler Geburtstag oder irgendeine Scheiße? Ja, ja genau, am 20., ja. Ist das wirklich so? Das war mal das ursprünglich terminierte Geburtsdatum meiner Tochter und dann hat sie sich aber noch sehr lange Zeit gelassen. Oder ich glaube, die Ärztin hat damals so gesagt, naja, wir machen einen Tag später. Wir bringen ja kein Hitler Kind zur Welt. Kein Teil der Hitler-Jugend. Nee, aber wo ich eigentlich hin wollte, es ist sehr spannend, der Teil des Videos Rechte Ecke im Deutschrap, wo es um King Orgasmus One geht. Der ja auch immer irgendwelche... Alter, der hat solche Nazi-Lines gedroppt. Ja, ja, genau, richtig. Und dafür, das wird dann auch aufgegriffen, hat Mach One... Sexismus war immer okay, aber als dann das Nazitum dazukam, dann wurde es langsam kritisch. Also ich glaube, so wird das auch bearbeitet. Also Mach One hat er da auch wirklich direkt das Wort an ihn mal im Interview gerichtet, dass das überhaupt nicht geht und er hat sich natürlich immer damit rausgeredet, dass er nicht politisch ist, ja. Das ist ja so wie... Also nicht politisch zu sein, muss man sich ja leisten dürfen, ja. Und ist natürlich eine faule Ausrede. Also ich bin... Ich habe teilweise selber jetzt nicht Menschen, die solche Dinge wie King Orgasmus One gesagt haben, aber im erweiterten Umfeld, ja, die sowas irgendwie anstrengt und denen ich das auch glaube, wenn sie das sagen, dass sie nicht politisch sind, ja. Aber das Problem ist, du bist ja immer politisch. Also du kannst nicht unpolitisch sein, ja. Okay, jetzt kommt die These dazu. Ist das aber nicht ein bisschen so, wie wenn man so ein Hardcore-Christ zum Beispiel ist und man sagt, man kommt in die Hölle für die Sünden, die man begeht und wenn man dann aber sagt, ja, ich bin halt kein... Ich bin nicht gläubig, deswegen komme ich nicht in die Hölle, weil ich glaube da dran nicht. Und dann sagt die Person aber, ja und schon weil du ungläubig bist, wirst du in die Hölle kommen. Also so, du kannst machen, was du willst, du kommst sowieso in die Hölle und wir als politisierte Menschen sagen dann halt, es gibt keine unpolitischen Figuren. Oder keine Aussagen. Ja, aber man könnte ja jetzt aber auch sagen, dass das eine politische Aussage ist. Also du kannst, der Kern ist, dass du immer in den Dingen, die du sagst und formulierst, wenn sie nicht innerhalb eines abgeschlossenen Zimmers in einer Konsens-Bubble oder alleine für dich deine Katze, whatever sind, übrigens wir müssen das Eingangszitat noch aufgreifen, kannst du ja nicht sagen, dass das allgemeingültig ist. Also du kannst nie den Anspruch der Allgemeingültigkeit für dich selber in Anspruch nehmen. Eher so. Und ich finde, der Vergleich hinkt. Also danke, dass du uns trotzdem dafür Gesprächspotenzial gibst. Ich wollte das mal einfach als Salz in die Wunde streuen und gucken. Ja, schneid mir Dinge an den Kopf. Ich finde das gut. Ich stehe ja selber nicht hinter der Aussage. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert jetzt. Okay, voll, voll, genau. Also ich finde, aber ich finde, der Vergleich hinkt, weil wenn du sagst, jemand kann nichts Unpolitisches sagen oder jemand nimmt sich den Luxus raus, für sich unpolitisch zu sein, dann sagt er ja, okay, ich extrahiere einfach die Wahrnehmung anderer Menschen. Und das ist ja auch vollkommen okay, polemisch oder subjektive Äußerungen zu tätigen. Aber wenn du Kunst machst, in welcher du Hitler zitierst oder mysogyne Dinge sagst, dann, ja, sicherlich kannst du ein Zimmer oder eine Konzertlocation mit Menschen, die das gut finden, versammeln. Aber gerade im Kontext von Jugendkultur, wie es bei King Orgasmus One halt ist. Ich verweise auf das legendäre Gespräch mit Alice Schwarzer, wobei sich da ja auch zwei Radikalisten unterhalten. Das ist mit einem echt Unterhalten, Betonung auf Unterhalten, weil das Ding hat echt hohen Unterhaltungswert. Wie ich finde, das muss man sich nochmal zergehen lassen aus heutiger Sicht. King Orgasmus One und Alice Schwarzer. Und er sitzt da mit seiner Sonnenbrille und grinst sich einen ab. Alter, ich fand das so toll damals, als das rauskam. Wie alt bin ich da gewesen? Ich glaube, da war ich noch nicht mal ganz 20, da war ich irgendwie 18 oder so. Hab von allem keine Ahnung gehabt und war selber noch übelster Orgi-Fan. Ich habe jetzt letztendlich, also es ist irgendwie ganz interessant, dass du jetzt gerade über Orgi sprichst, weil er... Wir können unseren Podcast eigentlich echt langsam umbenennen in Deutschrap-Legenden oder Deutschrap der 2000er oder so. Irgendwie haben wir die letzten Folgen. SOS, ne, das möchte ich nicht. Alles, was wir nicht wollen. Ja, alles, was wir nicht wollen, der Podcast. Weil ich habe, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie einen Download-Ordner durchgesucht, weil ich irgendwas suchte und bin dabei auf zwei Fotos gestoßen und zwar ich mit einem langen Rauschebart und mit einer Hip-Hop-Cappy und zwei Fotos, einmal mit Orgi, mit King Orgasmus One zusammen und einmal mit Schwester Ever. Und das ist auf derselben Veranstaltung entstanden und zwar 2013 auf dem Mile of Style. Ja, ich weiß. Das ist eine der ersten Storys, die du mir erzählt hast, wie Schwester Ever an euch vorbeigelaufen ist. Habe ich das hier im Podcast schon mal erzählt? Ne, das noch nicht und ihr irgendwie mit der einen saufen wolltet und sie kam irgendwie nochmal zurück. Aber warte, also wenn wir jetzt schon dabei sind, dann erzähle ich das ganz kurz. Also wir sind damals als Stupidozid auf, oder Gossenboss war gebucht, auf dem Mile of Style Festival 2013, das ist in Leer an der Nordsee. Und wir sind da halt hingefahren und das ist so die erste krasse Veranstaltung gewesen, wo sich echt ganz viele Leute so die Klingel in die Hand gedrückt hatten. Auch als Reminder dabei, 2013 ist das Jahr gewesen, als sich Jakob von der Antilopen Gang das Leben genommen hatte. Und das war aber auch das Jahr, wo die dann angefangen hatten, langsam Fahrt aufzunehmen. Und wir haben die quasi kennengelernt damals, also weil die haben im Slot nach uns gespielt, glaube ich. Wir waren Opener und entweder hat direkt nach uns Ruffiction gespielt oder Antilopen, weiß ich nicht mehr genau. Und auf jeden Fall haben wir alle damals kennengelernt. Und wir sind halt im Backstage unterwegs gewesen. Es gab einen gratis Jägermeisterstand. Wir haben uns so dermaßen die Kante gegeben, Alter. Wir sind so besoffen gewesen. Alter, wie die dümmsten Schweine. Wirklich so krass. Und wir standen da halt so rum. Ben Kredit und ich. Und noch andere von Stupido zieht so. Und da kam halt Schwester Eva vorbei. Wir haben die irgendwie in ein Gespräch. Wir sind in ein Gespräch geraten, weil wir halt alle im Backstage cool waren. Und ja, wir sind heute auch aufgetreten und so. Und irgendwie haben wir echt nett mit ihr geplaudert. Und dann ist die halt so, Jungs, ich bin gerade eigentlich auf dem Weg. Ich wollte Getränke holen. Wollt ihr auch was haben? Und wir so, ja klar, so Cola, Jackie mische irgendwas. Klar, bring ran, alles cool. Sie geht ihrer Wege und wir so, ach, die ist so way over the top. Warum sollte die sich für uns interessieren irgendwie? Scheißegal, wir sind bloß irgendwelche Dullis für die. Und sind dann irgendwann so, nachdem sie irgendwie nach einer halben Stunde oder 20 Minuten nicht zurückkam, sind wir unserer Wege gegangen, haben uns irgendwo anders weiter die Kante gegeben. Und dann später am Abend begegnen wir ihr aber wieder. Und sie so, ey, wo seid ihr gewesen? Ich bin hier rumgerannt, hab vier Gläser in meiner Hand hin und her jongliert irgendwie. Und ihr seid auf einmal weg gewesen und haben halt den Anpfiff von Schwester Eva gekriegt. Also das war so gut. Gossi hat seinerzeit damals, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann, aber eigentlich ist da nichts Schlimmes dran. Der ist damals auch so, also wir fanden die halt cool. Die hat damals ihr erstes Mixtape, glaube ich, rausgebracht und so. Und das war schon eine krasse, geile Songs drauf gewesen. Und Gossi hat dann auch so ein Foto mit ihr gemacht, aber ist auch sehr schüchtern, sehr starstruck ihr gegenüber so gewesen. Das war schon echt cool. Und sie hat dann aber auch so posiert mit uns. Und ich glaube, irgendwo gab es mal ein Bild von Gossi, wie aber Eva so ihr Bein hochgeschwungen hat. Und Gossi das so mit einer Hand gehalten hat. Ich weiß nicht, ob es das Bild jemals online gab, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schöne Erinnerung. SSIO ist damals auch mit da im Backstage rumgerannt. SK83 hat damals da aufgelegt. Alter, das war auf jeden Fall auch richtig krass. Der ist ja DJ Weltmeister gewesen. DJ aus Dresden. Und genau, und zugezogen. Maskulin ist auch damals aufgetreten. Da gab es auch eine legendäre Story von Grimm und von Gossenboss und so weiter. Auch lustig, dass man sich halt Jahre später dann so über den Weg wieder gelaufen ist. Ja, irgendwie funny. Zwei, fünf, siebener sind da aufgetreten, glaube ich. Wer war denn noch da? Trailer Park waren sehr large damals. Die haben alles gefickt damals. Die Betty Ford Boys sind damals parallel zu Trailer Park aufgetreten. Da haben fünf Leute davor getanzt. Und bei der Betty Ford Boys waren Dexter, Brank Sinatra und Suf Daddy. Ja, genau. Krasses Produzententrio. Das war ein sehr cooles Trio auf jeden Fall. Aber leider sind alle Leute bei Trailer Park Nuts gegangen und da waren dann nicht so viele. Rough Fiction war noch geil. Alligator ist halt krass geblieben, aber der war natürlich auch, Trailer Park gab es auch vor Alligator schon. Ja. Aber mit ihm hat das Ganze natürlich super krass Fahrt aufgenommen. Ja, das fühlt sich irgendwie, also krass ist, wenn du die so droppst hintereinander. Jeder hatte ja wirklich dann in den folgenden Jahren oder währenddessen davor so krasse Erfolgspeaks. Ja, voll. So zwei, fünf, siebener ist ich und mein Holz oder so. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch das, was, wenn du das so erzählst, 2013, da ist so noch ein bisschen der Flavor da, eine Szene. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also in der Suggestion, selbst das war ja schon krasser als Hip-Hop in den 90ern. Also da war das trotzdem schon super large. Das war ja alles nach Agro Berlin etc. Aber da hat nochmal so eine Diversifizierung stattgefunden und so eine Abspaltung auf irgendwie noch mehr, ja, Diversifizierung im Grunde genommen, wo man irgendwie gedacht hat, Agro Berlin, KIZ etc. ist schon eine sehr interessante Vervielfältigung gewesen, dass du da irgendwie in der Artenspanne gefühlt nochmal eine wesentlich breitere Range hattest. Ja, das ist halt abgefahren, dass halt so viele Leute, also so, das sind ja alles so, nach Agro Berlin kam ja KIZ im Prinzip, die ja nochmal eine neue Sparta irgendwie aufgemacht haben. Wir waren die Ersten hier, Clown, Rap auf Deutsch. Genau, und ich glaube, dass da heraus sind ja extrem viele Bands auch entstanden, also vieles ist natürlich auch parallel dazu entstanden, es muss auch nicht zwangsläufig eine Verbindung zu KIZ irgendwie gewesen sein. Ja, halt die Fresse von Agro TV war auch nochmal ein richtig krasses Sprungbrett, also das lief auch nochmal krass über solche Sachen, Zio und Haftbefehl und so. Aber was ich gerade sagen wollte, so Trailerpark, Antilopengang, Gossenboss auch, das sind ja alles so Sachen, die in der Kette entstanden sind von Savage und Assad, Agro Berlin, Sido, KIZ und dann gab es so, zugezogen Maskulin, Trailerpark, Gossenboss, Antilopengang, die halt eben da dann heraus auch wieder gefolgt sind. Ja, voll. Ja, genau. Aber trotzdem wirkt, also ich weiß noch, wie sich das an, wie sich das, wie sich das jung und also wenn du diese Anekdote berichtest, dann ist das schon eher nicht die mittlere gute alte Zeit. Man hat ja verschiedene gute alte Zeiten inzwischen, auf die so zurückgegriffen werden kann und das ist doch irgendwie gar nicht so weg. Aber wenn du auch so von den Leuten erzählst, da sind ja auch Eklats passiert, also bei allen, von denen du gerade, oder bei einem Teil von den Menschen, über die du gerade gesprochen hast, sind ja auch wirklich dann, ja, auch hier und da nicht so schöne Dinge bekannt geworden. Ja. So, und so, dass sich das doch schon wieder fast wie eine abgeschlossene Golden Era anfühlt. Es ist wahnsinnig abgeschlossen auf jeden Fall. Da ist ja so viel passiert, wenn ich mir überlege, was, also ich kenne heutige Rough-Fiction-Themen nicht, ich weiß aber, dass Crystal F sich extrem weiterentwickelt hat, so. Voll der übelsten Wandel gemacht. Der hat damals noch komplett andere Mucke gemacht, so. Und eigentlich haben wir uns damals in Sachen Ekelfaktor bei Stupidozid, haben wir uns auf einer Wellenlänge mit Rough-Fiction gesehen. Wir haben auch damals hier in Leipzig ein Konzert zusammengespielt. Also Gossenboss war Support bei Rough-Fiction hier in Leipzig, ich glaube Basamo oder so hieß der Club damals. Ja, erster. Das war so unten im Keller drin und es gab keinen Tontechniker an dem Abend und da habe ich Sound gemacht für Rough-Fiction, Alter. Und das war auf jeden Fall abgefunden. Basamo, das war mal mein zweites Wohnzimmer und derzeit haben wir uns gar nicht kennengelernt. Da habe ich so viele Veranstaltungen gemacht. Arvid hat da ja auch einen Hip-Hop-Kiosk gemacht, Alter. Da ist vor 2010 Grimm und Kathasis sind da zusammen aufgetreten aus einer Veranstaltung und solche Geschichten. Abgefahren, Alter. Selbst Grimm war schon im Basamo und da passen ja wirklich nur, ey, da war oben eine Strommatte gespannt, ey, mit Brandschutz oder so ein Kram hättest du den Betreiber damals auf jeden Fall nicht kommen dürfen. Und da haben vielleicht 50 Leute reingepasst in den Keller. Ich erinnere mich. Es war auf jeden Fall wild. Also die Rough-Fiction-Veranstaltung war auf jeden Fall echt, echt wild. Und ich weiß noch, dass Hauke und die anderen von Rough-Fiction, hier Arbok und so, die wollten damals nicht bei uns ins Zimmer kommen oder sind kurz rein und direkt wieder raus, weil es so krass gestunken hat bei uns, Alter. Weil das nur einfach widerlich stinkende Schweißtypen in diesem Raum waren, Alter. Das hast du schon mal erzählt. Das ist so. In diesem Podcast. Ja, hab ich. Okay, cool. Naja. Gut, tut mir leid für jede Person, die das gerade hören muss. Wollen wir mal kurz Bezug auf das Eingangszitat nehmen? Ja, das können wir gerne machen. Ich hab dir zum Geburtstag alles Gute übrigens nochmal nachträglich. Habt Dank, mein lieber Freund. Hab ich dir das Tagebuch von Edward dem Hamster geschenkt, 1990 bis 1990, hab ich mir von meinem Nachbarn ausgeliehen. Also der Tipp ist auch noch plagiiert und vielleicht kann sich irgendwer noch an die Folge erinnern, in der ich meine mit Spaß besetzte, aber doch leidenschaftliche Katzen-Aversion ausformuliert habe. Und ich glaube, Edward will sich dort aus seinem Hamsterkäfig heraus, will er konspirieren mit der Katze und einem Ausbruchplan. Aber er merkt schon, dass er, dass dieses ganze Unterfangen zum Scheitern verurteilt ist, da die Katze natürlich nur ein hohles, innerlich totes Wesen ist und diese Leere quasi als Käfig umhüllt vor sich her trägt. Das ist schon genial so, ne? Da denke ich auch an so viele Menschen, die eigentlich auch genauso sind irgendwie. Ja, die Analogie Hamsterrad ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, das wird ja hier schon gesagt, ne? Montag, mein Name ist Edward und ich bin ein Hamster. Dienstag, heute kam der Tierarzt, der hat mich angefasst. Offenbar bin ich eine Frau. Mittwoch, doch keine Frau. Ich hab nachgesehen. Donnerstag, hab heute beschlossen, das Rad nicht mehr zu benutzen. Freitag, sie können mir die Freiheit nehmen, aber niemals die Seele. Und er kommt ja in dem Buch immer wieder ganz oft dahin, dass er das Rad ablehnt und dann doch wieder um das Rad zurückgeht. Das bin ich. Ja, Tito. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja oft über dein Konzert gesprochen, was ja jetzt in dieser Folge zur Vergangenheit angehört. Wie diese Veranstaltung, die du gesagt hast. Also auch diese Golden Era ist vorbei, um die nächste einzuleiten. Genau. Und da hast du ja, glaube ich, kurz vor deinem Song Burnout auch nochmal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man überstrapaziert wird und teilweise in sehr verzweifelte Momente bis zu Depressionen etc. gelangt. Aber es ist eben auch, also ich verstehe halt wahnsinnig viele Leute, es ist halt auch super schwer. Ich bin auch gerade in so einer Phase, in der ich beruflich wirklich sehr überbeansprucht bin. Und sicherlich ist es möglich auszubrechen, aber eben so zu 100% auch doch nicht. Also du erzeugst immer erst mal so suggestive Inseln und veränderst verschiedene kleine Dinge, ja. Aber am anderen Ende steht, dass du in der Geburtenlotterie natürlich temporär und geografisch schon den Jackpot irgendwie hast, so was die Versorgungssicherheit angeht aktuell. Aber jetzt natürlich trotzdem angewiesen bist auf diese wunderschöne Brotarbeit, ne. So und da gibt es einen Großteil, sag ich mal, der wirklich malochen geht und einen kleinen Teil an Menschen, die irgendwie Talente haben und Bildungswege genutzt haben und dann über diese Bildungswege interessante Dinge machen, wie zum Beispiel in Forschung, Lehrstuhl, was weiß ich, ne. Also manche haben dieses Glück und werden das vielleicht nur anteilig so empfinden, ne. Also alles, was dir Spaß macht, wie Musik zum Beispiel, kann natürlich anteilig in Momente der Verpflichtung kommen, sodass es sich dann mal kurz nicht wie Hobby, Passion oder Spaß anfühlt, sondern eben Verpflichtung, ja. Aber ich schätze, dieser Verpflichtungsanteil in der Selbstwirksamkeit deiner Sache, die du so tust, wird prozentual bei Leuten sehr unterschiedlich sein. Ich denke, bei manchen wird er sicherlich bei 80, 90 Prozent sein, ne. Und dann fühlt sich das eben wirklich wie Hamsterrad an. Und, ja, andere haben irgendwie da durch Glück, und das ist auch wahrscheinlich, wie du selber so für dich das Leben bearbeitest und wahrnimmst, ja, das Gefühl, dass sie eine recht selbsterfüllende Aufgabe machen, ne. Aber ich glaube, 70, 80, 90 Prozent sind da dem guten Edward hier sehr, sehr gleich, ja. Dass sie immer wieder in diese gefühlte Statik und Sinnlosigkeit kommen. Ich finde ja auch, um jetzt mal ein Wort zu benutzen, das ich von dir stark in meinen Wortschatz übernommen habe, das ist ja so multifaktoriell. Da gehört ja so viel dazu. Also da skribbelt immer ein bisschen bei mir im Lendenbereich, wenn ich das Wort höre. Vor allem jetzt aus deinem Mund. Weil das Labbe, das Labbe an sich ist, weiß ich nicht, da ist so viel drin. Und ich merke halt eben, wie das nie von einem aufs andere zu münzen ist. Also was ja eigentlich auch obviously klar ist. Nach meiner Krebsdiagnose habe ich mich halt eben auch schon gefragt, okay, also habe ich mich noch viel intensiver gefragt als vorher schon. Inwiefern werde ich bestimmte Sachen in meinem Leben ausbremsen? Welchen Sachen gebe ich wie viel Raum? Und habe mich dann erstmal dafür entschlossen. Und das gehört ja auch zu Entscheidungen dazu, dass man Entscheidungen so treffen kann, dass man nicht sagt, das mache ich von jetzt bis zum Ende aller Tage werde ich das so machen. Sondern vorerst werde ich das jetzt so übernehmen. Und ich habe mich damals dazu entschlossen, weil ich bin damals viel, viel unterwegs gewesen. Ich habe viel Tourmanagement für andere Bands gemacht. Ich bin da mit zugezogen Maskulin unterwegs gewesen, mit Grimm, mit dem toten Crackhorn. Habe meine eigenen Konzerte gemacht, damals auch noch Gossenboss. Und dann bin ich aber noch arbeiten gegangen. Und damals stand halt die Frage im Raum, ich müsste entweder mehr arbeiten oder weniger arbeiten bei mir auf Arbeit und dann aber auf Rechnung. Und dann wäre ich quasi richtig in der Selbstständigkeit drin. Und ich habe damals dann halt überlegt, was machst du denn jetzt? Und ich habe dann, weil in den letzten Jahren, ich habe meinen Urlaub immer zum Arbeiten genutzt oder für Touren. Habe mein ganzes Geld in die Musik reingesteckt und konnte mir quasi privat nie Sprünge erlauben. Hätte ich Urlaub für Urlaub genutzt, hätte ich mir den nicht mal leisten können. Und das ist wirklich jetzt eine Lebensrealität von bestimmt 10, 15 Jahren bei mir gewesen. Und ich habe mich dann jetzt dazu entschlossen, ich gehe jetzt erstmal auf Sicherheit. Ich gehe halt ein paar Stunden jetzt mehr arbeiten, habe aber endlich zum Monatsende nicht mehr die Angst, dass ich für die letzten 5 Tage kein Geld mehr auf dem Konto habe, dass ich ins Minus gehe. Sondern ganz im Gegenteil, ich kann sogar endlich mal Geld sparen und habe jetzt wirklich auch seit Ewigkeiten endlich mal wieder ein kleines finanzielles Polster mir angespart. Wo ich sagen muss, ich fühle mich gerade fein damit, dass ich mehr arbeiten gegangen bin, um mehr Entspanntheit auf finanzieller Ebene in meinem Privatleben zu haben. Und das gibt mir natürlich auch einen gewissen Wert. Ich hänge dann zwar in diesem Hamsterrad wieder drin, aber der Wert für mein Leben, dass ich privat sehr entspannt sein kann und Dinge genießen kann, der wiegt halt auch echt schwer. Und ich sehe halt all meine Friends, die immer ein Problem damit gehabt haben, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Und die gesagt haben, es ist mein großer Traum, mit dieser und jener Aufgabe in die Selbstständigkeit zu gehen, in die Freiberuflichkeit. Und ich sehe, wie alle übelst hasseln müssen, wie die wenig Spaß im Privatleben haben, weil die so krass dafür arbeiten müssen. Und ich merke halt, bei mir stand es ja dann auch zwei, drei Jahre in Folge auf der Kippe, gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit rein oder nicht. Und habe mich dann immer irgendwie dagegen entschieden, weil so ein Quäntchen gefehlt hat. Und ich bin im Nachhinein recht glücklich damit, weil mir das, glaube ich, im privaten Rahmen sehr viel Druck aus dem Hirn rausgenommen hat. Und ich habe mich aber stattdessen für das Hamsterrad entschieden, in das ich immer wieder reingestiegen bin, um jetzt mal den Kreis zu Ende zu zeichnen. Ich glaube, das Hamsterrad ist für jeden, also erstmal lieben Dank und das wiederum ist auch was, was ich aufbauen kann. Ich denke, das Hamsterrad hat für jeden eine andere Bedeutung. Andere würden das vielleicht auch familiär assoziieren, da ich auch viele Menschen kenne, die Familien gegründet haben und die vorher nicht wussten, wie sie sind in diesem Familienmodell. Weil der Gedanke eines kleinen Ichs auf deinem Arm mit der Liebe deines Lebens sich immer sehr romantisch anfühlt. Und dann sind wir ja so eine berufsjugendliche Generation, die eben nicht mit 18, also im Weste und im Süden Deutschlands und so, war das ja schon länger normal. Aber was ich jetzt am Osten faszinierend finde, vor zwei, drei Jahren gab es ja mal die Meldung, dass das Durchschnittsalter der Mutter in Ostdeutschland mit 31,5 Jahren jetzt auch auf westdeutschem Niveau ist. Und ich habe mich oft in letzter Zeit so ein bisschen mit dem Unglück unserer Mit-30er... War es vorher höher oder niedriger? Niedriger, das Durchschnittsalter während in der DDR lag zwischen 18 und 22. Oh krass. Genau. Und jetzt guckt ihr uns an, das finde ich auch immer sehr faszinierend, wenn ich mir meine Eltern angucke, die waren 20 und 23, als sie mich bekommen haben. Wenn du oder ich jetzt darüber nachdenken, wie wir bis 20, 23 waren, da bin ich ein Kind für mich gewesen. Ja, sehe ich auch so. Und du musst überlegen, dass ab 14 gab es im Mittelalter keine Schonungsfrist, da war ein Mädel gebärfreudig, weil man da ja auch nur 30, 35 geworden ist im Schnitt. Ja, genau. Und dann hast du eine relativ lange Strecke. Ich glaube, ich muss da echt ein bisschen fokussierter für die neuen Bundesländer sprechen, in denen du in deinen 20ern gereist bist, lustige Momente gehabt hast. Also da hast du auch irgendwie gearbeitet und dich hat es natürlich Montag genervt, wieder hinzugehen, aber auch nur, weil du noch verkatert warst vom Wochenende. Also ich finde, es geht im Leben ja viel um Relationen und wenn das Hamsterrad, sage ich mal, für dich in den 20ern, ich mache es jetzt mal in meiner eigenen Biografie, so ein bisschen die Arbeit war, dann aber auch nur in Ausrichtung zum Wochenende, wo du quasi selbsterfüllenderweise mit deinen Freundinnen und Freunden rumgerannt bist und Spaß hattest. Ja, so. Und jetzt ist das Hamsterrad größer. Das war so temporär eingrenzbar, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Jetzt ist es eher so, dass du dich in so einem Lebensintervall befindest aus relativ viel schönen Sachen, aber auch viel Verpflichtung. Die Verpflichtung hört zu Hause nicht auf. Ich muss daran denken, als wir vor zwei, drei Folgen mal so geschwärmt haben über Liegen. Also da habe ich auch so ein bisschen von meiner Überlastung gesprochen und ich musste da im Nachhinein noch drüber nachdenken. Also natürlich können wir auch mal rumliegen, aber ich kann mir halt nicht leisten, einen kompletten Sonntag nur rumzuliegen. Das geht bei mir nicht. Außer letzte Woche Sonntag, da habe ich nämlich herzhaft gekotzt und wurde in die Horizontale gezwungen. Was ist passiert? Was war? Ach, irgendein kleines Keimchen oder so. Samstagabend ging es auf einmal los. Und das ist aber irgendwie faszinierend, wie diese Zwangspause physisch nicht angenehm ist, aber mental ist es natürlich geil, diesen Freibrief zu haben. Irgendwie, du bist, also mir ging es so schlecht, dass ich halt, wenn ich mich bewegt habe, einfach nichts machen konnte. Und genau. Und dann ist es, dann ist das Hamsterrad, ich will jetzt so auf verschiedene Kategorien Hamsterrad hinaus. Man kann das relativ klein denken, weißt du, so dieses, das Wochenende war so schön, aber es ist ja eigentlich übelst geil. Wenn du sagst, du hast 30, 40 Stunden in der Woche, in der du funktionieren musst, aber du hast doch relativ viele Inseln. Die Insel Feierabend, die Insel Wochenende und auch positive Sachen können in Arbeit ausufern, wie du vorhin meintest, mit dem du setzt sich dann halt ein Auto, fährst rum und machst deine Tour. Es ist ja ein bisschen wie der Festival-Effekt. Seelenhygiene, aber Körperzerstörung. Ja, ja, schon. Genau. Und ja, deswegen glaube ich, dass diese Analogie des Hamsterrades sehr mannigfaltig ausrollbar ist und funktioniert. Und dass es nicht immer an Lohn und Brot gebunden sein muss, sondern an Ausweglosigkeit, so empfundene Ausweglosigkeit. Und wir haben, und es ist immer die Frage, wenn du jetzt auch wieder an deine eigenen Situationen denkst, wir haben die Möglichkeit, durch Soft-Parameter, durch kleine, feine Nuancen dieses empfundene Hamsterrad beiseite zu legen oder dem zu entschwinden. Das ist ja bei ihm irgendwie auch so ein bisschen, ja. Und dann sind wir aber auch wieder in einer neuen Sphäre. So, wenn du es geschafft hast, dort in der Empfindung erstmal auszusteigen, ja, dann bist du wieder im Nichts, so im Freien und musst für dich definitorisch Faktoren finden, wie du das Freie besetzt oder inhaltlich auffüllst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde das wirklich abgefahren, wenn man es schafft, durch so einen kleinen Gedankensprung, durch eine Wahrnehmensveränderung, es schafft irgendwie eine neue Freiheit im Kopf herzustellen, die sich aber auch so körperlich verändern kann. Also ich meine, eine Therapie ist ja oft nichts anderes eigentlich, dass wenn du es schaffst, über gewisse Sachen hinwegzukommen, dass du dann auf einmal dich viel freier bewegen kannst, körperlich wie auch mental irgendwie. Und ich finde, dass das in diesem Hamsterrad Arbeit, Freizeitarbeit, in diesem Kosmos ist das ja genauso. Also, ich glaube, worüber ich dabei spreche, ist so zum Beispiel, nimmt man sich Stress von Arbeit mit nach Hause. Und das ist ja nichts, was man sich jetzt aktiv so richtig aussuchen kann, sondern ich glaube fast, dass es der Lauf ist, dass man das erst nicht schafft, dann lernt, wie es sich anfühlt, wenn man es nicht schafft und dann was dran ändert. Und ich glaube aber, wenn man das dann ändert und das schafft, dann merkt man einen qualitativen Lebensunterschied zwischen der Davor-Zeit und der Danach-Zeit. Oder? Was nicht bedeutet, dass man es dann immer weiterhin schafft. Also, so gut kenne ich dich ja mittlerweile nun auch. Oder mir bleibt es bisweilen noch erspart. Ich habe das Gefühl, ich kriege es seit der Therapie durchweg gut hin. Aber auch da ist es wieder mannigfaltig, warum das so ist, da ein neuer lieber Mensch den Weg in mein Leben gefunden hat. Und das für mich eine extremen Lebensqualitätssteigerung bedeutet. Also, ich spreche dabei von einer neuen Partnerschaft und die gibt mir gerade extrem viel. Und das ist, da passiert gerade ganz viel. Ich habe das Gefühl, dass gerade nur Positives irgendwie in meinem Leben passiert. Und genau. Und du kennst das ja aber auch anders, dass du zum Beispiel durchtherapiert bist, dann aber auch feststellst, die Therapie hat jetzt nicht das gewünschte Ziel vielleicht erreicht. Und dass du vielleicht auch in alte Muster wieder verfällst und dass du da ja auch immer auf dich selber aufpassen musst. Ja, voll. Also, man hat einen mittlerweile großen Werkzeugkoffer zur Verfügung, um auf symptomatische Erscheinungen, ob es nun Alterscheinungen sind, zu reagieren. Das kenne ich. Aber was ich krass fand, genau da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, weil du das vorhin auch wieder aufgeführt hast, wenn zum Beispiel du erst mal rausfällst durch sowas Krasses wie eine Krebsdiagnose. Und dir irgendwie mit diesem Abstand, weil du auch dazu gezwungen wirst, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und auf deine bisherigen Tage, Wochen, Monate zu gucken und zu schauen, mit diesem gesunden Abstand erkennen zu können, wo das irgendwie pathologisch war und was man daran ändern könnte. Es ist halt krass, oder das ist wieder dieser Gedanke der Prophylaxe, den eben viele Menschen auch nicht umsetzen können, aufgrund dieser Scheuklappen, die du aufhast und auch aufgrund des Anspruchs, das kennst du ja aus deinen Überlastungen arbeitsseitig, Dinge pflichtbewusst und richtig zu machen. Also auch da wieder sein eigener Käfig zu sein, weil in dir einfach irgendwie verankert ist, es ja gar nicht mal den Leuten recht zu machen, einfach Dinge ordnungsgemäß zu erledigen und über die Bühne zu bringen. Ich finde es krass, ich habe gestern was wieder interagiert oder einen Schulterschluss zum Anfang unseres Podcasts gemacht, da habe ich mal berichtet, wie ich Soul geguckt habe, den Pixar-Film. Und der Protagonist gelangt in so eine Art Diesseits, Jenseits, Zwischenwelt. Ich glaube, die haben das nicht Jenseits, sondern das Davorseits genannt. Und da siehst du, wie die Seelen, die auf die Erde geschickt werden, schon im Vorfeld mit Eigenschaften ausgestattet werden. Der ist besonders cholerisch, der ist besonders zuverlässig und ich fand das gar nicht so, also so grafisch fand ich das irgendwie charmant, das so zu bearbeiten. Ich denke nicht, dass das faktisch so sein wird, wenn man das glauben will, darf man das tun. Aber ich denke, dass wir mit vielen Grundcharaktereigenschaften starten und dass die uns natürlich auch Möglichkeiten geben, in unseren Möglichkeiten dann aber auch wieder bremsen. Und das sind Muster, in die man immer wieder zurückfallen kann und wird, weil das eben deinen Charakter ausmacht, deine Gewohnheiten. Ich muss auch noch auf jeden Fall hinzufügen, dass ich gerade so ein Allzeithoch irgendwie habe, liegt natürlich auch daran, dass ich keinerlei richtige familiäre Verpflichtungen habe, weil ich keine eigene Familie habe. An der Stelle finde ich das auch echt praktisch, dass ich keinen Nachwuchs gezeugt habe und an der Stelle muss ich aber auch sagen, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe zu bewältigen ist, mit sich selbst, also selbstfürsorglich zu sein, wenn man natürlich ein Kind oder Familie hat. Also das ist natürlich, da gehört auch, also ich glaube nicht, dass das irgendwer so aufgefasst hat, aber ich will es als Disclaimer trotzdem mit reinreichen, dass es natürlich trotzdem ein ganz anderer Akt ist, irgendwie mit sich selbst in ein ausgewogenes Lebensverhältnis zu kommen, wenn man noch einfach diese Mammutaufgabe von einer eigenen Familie mit zu bewerkstelligen hat. Voll. Ja, und das auch nicht ausschließlich als Aufgabe zu betrachten, denn es produziert wahnsinnig charmante oder schöne Momente, ob es nun das abendliche Lesen ist oder das abendliche Kuscheln, inspiriert zu werden auf diversen Ebenen. Aber eben auch gefordert zu werden und sich zurückzunehmen. Sich zurückzunehmen ist großartig, also teilweise so ein bisschen aus der Egozentrik. Ich finde, das ist eine große Tugend, das zu können. Ja, also sage ich mal so, es funktioniert nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der, die, die Gratwanderung ist wieder wichtig, einem jungen Menschen die Sicherheit zu geben, sich auch auszuprobieren und sich fallen lassen zu können, ja, was viele, die ich kenne, auch nur begrenzt hatten. Da, also ich meine, das ist ja, da komme ich wieder darauf zurück. Im Nachhinein wundere ich mich nicht für mich und auch viele andere, die ich kenne, dass sie von ihren Eltern, ich glaube, parentifiziert wurden. Das ist so ein Begriff, wenn... Zu früh in die Erwachsenenrolle gedrückt. Ja, genau. Also wir haben ja auch viele Patchwork-Familien, getrennte Eltern etc. Und es ist bei vielen, die ich kennengelernt habe, so ein Phänomen gewesen, nicht ganzheitlich, ja, dass sie an gewissen Punkten schon sehr früh da und dort nicht mehr Kind sein konnten, ja. Also zum Beispiel mit sieben, acht Jahren schon zum Berater oder Mitbearbeiter der Probleme der Mutter geworden sind, ja. Oder unter Konsumgewohnheiten der Eltern oder auch Selbstsüchten der Eltern gelitten haben, ja. Und das macht ja was mit dir. Und wenn dir das widerfahren oder passiert ist, gehst du natürlich mit dem Anspruch in die Erziehung oder auch als Erziehungsallianz, nenne ich es jetzt mal ganz pragmatisch, deinem Kind das zu ersparen. Du willst Dinge, die du in deiner Kindheit negativ erlebt hast, gerne anders und richtig machen mit deinem Kind, ne. Merkst dann aber natürlich, dass das Ganze auch überambitioniert werden kann, wenn dort Grenzen entstehen, also deine eigenen Grenzen, die dir zeigen, dass dein Individuum nicht unwichtig ist, ne. Und natürlich ist da auch ein Hybrid möglich, ne. Dass genau das, was ich gerade ausgeführt habe, dem Kind ermöglicht wird, aber an gewissen Stellen noch gezeigt wird, ich bin auch wichtig, ne. Ich habe auch Gefühlsebenen und ich kann dich viel begleiten und verstehen, aber irgendwann kommt auch der Punkt, an dem ich auch etwas Verständnis brauche, ne. Genau. Und das sind Dinge, die lernt man im Miteinander, ich würde sagen, als Familie entsteht, wenn man diese Herausforderung annimmt, viel Lernpotenzial sich zurückzunehmen, aber auch zu sehen, wie wichtig man sich selbst ist. Weil wenn man das verliert, kippt es dann eventuell. Das ist bei mir die letzten Jahre auch immer wieder gekippt, ja. Weil aber bei mir auch so ein Absolutionsgedanke da ist. Ich, 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 man muss aufpassen, dass man die Symptome rechtzeitig erkennt, ne. Also bei mir ist auch eine sehr starke Vernachlässigung passiert, bis in die Selbstaufopferung, bis ich auf einmal gemerkt habe, das andere ist auch wichtig. Dann habe ich mich da wieder radikalisiert, um das andere kurz mal wieder schleifen zu lassen, ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir ein Hotelzimmer nehme, ähm. Oder drei Monate nach Jamaika fünft. Genau, genau. Ich bin ja immer da, ne, von, von, von früh bis spät, ne. Aber es geht um so, es geht einfach um eine Empfindung, um ein Selbstbild, um wie du dein aktuelles Leben und deinen Alltag betrachtest. Und da sind wir wieder bei diesen inneren Stellschrauben, ja, die dich, die dich das Hamsterrad wenig empfinden lassen, ja. So, aber wenn du eine Woche betrachtest und einen Kalender aufmachst und dort verschiedene Dinge reinschreibst, wie zum Beispiel Arbeit, die ja faktisch einfach mal so lange dauert, wie sie dauert, ja. Ähm, Schlaf, was ja auch nicht unwesentlich ist, gute Ernährung, Zeit innerhalb der Partnerschaft, Zeit mit meinem Kind, Zeit als Familie zu dritt, ähm. Ähm, einkaufen, sauber machen, Podcast aufnehmen, vielleicht mal einen Freund treffen, Sport machen, äh, man sieht dann schon, dass man da in, äh. Dein Kalender ist schon ganz schön packed, auf jeden Fall. Ja, 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 in Planungsnotstände kommt und, äh, ich will auch diesen Pain jetzt nicht ausschließlich für mich in Anspruch nehmen, das sind ja die Gespräche, die ich mit allen Eltern führe, ja. Und, ähm, und auch dieses Intervall irgendwie, jetzt, ey, guck mal, vom Deutschrap zum Familienpodcast, ja, finde ich großartig, ja, ja, vom, äh, wir kommen aber auch wieder zum Haushalt. Ja, kann man nicht sagen. Ja, genau, ja, ja, genau, und, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Pain, ich weiß nicht, wie so der Schnitt bei unseren HörerInnen ist, bei manchen weiß ich, dass sie auch Familie haben, man schreibt ja immer mal wieder, ne, die, die werden damit irgendwie bonden können und ich finde das aber auch bei dir, äh, ich finde das dann immer doof, wenn, weil das ist ja so selbst erwählt, ja, und ich nehme ja auch die glücksbildenden Faktoren in Anspruch, die da mitschwingen und ich finde das aus deiner Sicht, weil du das jetzt gerade erklärt hast, äh, auch absolut. Okay, das ist ja auch nur eine Form von auf sich aufpassen und ich glaube, da steckt ja zum Teil auch, äh, gewollt dahinter, den Fokus auf dich, auf, auf Kultur, auf Freizeit, ähm, äh, zu legen und bewusst eben nicht in diese Familiensituation zu geben, ne, weil es müsste ja, wenn, sich organisch ergeben, so, dass es eben auch wirklich. Das muss sich halt organisch ergeben halt, also, wie beim Sex quasi, da sind dann auch Organe im Spiel und dann ergibt sich das organisch. Entschuldigung. Ähm, ich finde immer, also, wir sind ja auch Freunde auf Basis, äh, unserer Einfachheit an manchen Punkten und, ähm, genau, deswegen bin ich immer positiv überrascht, dass, äh, das ist dann so ein Reminder, ah, wir haben uns ja mal auf unserer, auf Basis unserer dümmsten Faktoren kennengelernt und, und sympathisiert und, äh, und dann irgendwann erst so anderthalb Jahre später entdeckt, ah, geil, wir können also nicht nur Dünnpfiff erzählen, sondern wir können ja auch über ernste Dinge sprechen und, ähm, ja, so, das sind die Roots, geil. Also, also, es ist schon so, dass sich natürlich, äh, Nachwuchs bei mir einfach in den letzten Jahren nicht ergeben hat, ähm, auch weil das oft der, der gegenteilige Wunsch meiner Partnerinnen war und ich bin damit auch fein gewesen, weil ich hatte ja genug andere Baustellen und andere Dinge zu tun, also, ist ja jetzt nicht so, dass ich nichts mit meiner Zeit anzufangen wusste. Und ich muss aber sagen, dass ich das gerade auch, also, ich, das soll in keiner Art und Weise irgendwie Shaming gegenüber Leuten mit, äh, Nachwuchs irgendwie wahrgenommen werden. Ich finde die furchtbar. Ja, aber es ist schon so, dass ich das sehr, sehr genieße, dass ich mir meine Zeit, meine Freizeit sehr so einplanen kann, wie ich das möchte und mich dann nach niemandem richten muss, beziehungsweise es gibt natürlich trotzdem sehr viele Menschen, nach denen ich mich richte, also mit denen ich ja gemeinsam Dinge mache und so, aber das sind halt nicht, das ist halt nicht mein eigener Nachwuchs. Und ich finde es dann halt eben auch schön, dass ich, ähm, ich finde, also Musik hat mir auch zeitweise, also hat mir schon öfter gar keinen Spaß mehr gemacht, weil das drumherum wirklich so zermürbend sein kann, dass ich daran keine Freude mehr gefunden habe, auch was Selbstanspruch angeht und wenn man dem selbst nicht gerecht wird und so weiter. Und heute, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber sind da gar nicht weiter drauf eingegangen, wir haben ja beide eine Nintendo Switch mittlerweile und, ähm, ich bin halt, ich, keine Ahnung, ich habe mittlerweile, glaube ich, 100 Spielstunden bei Zelda, ich bin wirklich tief, tief drin. Meine Frau auch, ich habe das Ding von meinem Weihnachtsgeld gekauft, ich, äh, ja, ich darf es ab und zu mal noch benutzen. Gibt aber auch schöne Spiele, die man zu zweit zocken kann. Ja, ey, das ist voll, äh, das ist eine Bonding-Experience gewesen, ich habe mit meiner Tochter auf jeden Fall bestimmt, äh, den ganzen, in Summe bei Let's Go Pikachu bestimmt 60 Spielstunden auf dem Nacken, so, ja, ja, ja. Und, äh, diese Woche hat sich zum Beispiel zugetragen, dass bedingt durch meinen Geburtstag sind wieder Zimtschnecken in mein Leben gekommen und ich habe irgendwie... Die ist geil, die schmecken auch geil, also ich habe die ja gegessen, also, ja, ja. Und die hat aber meine Partnerin kredenzt, so, ich habe ein bisschen geholfen, den Teig, äh, physikalisch zu bearbeiten. Sind noch welche da? Nee, leider nicht, aber ich habe, ich habe diese Woche schon zweimal... Hey, ey, stell, stell das Glas wieder hin. Ich will, ich will jetzt mit Zimtschnecken! Ich bin ausgeglichen, wirklich, das ist die, das setzt mir alles nicht zu. Ich habe die Woche zweimal Zimtschnecken gebacken. Ja, geil. Und habe dann halt, während der Teig gegangen ist, eine Stunde lang, habe ich halt Zelda wieder gespielt, so. Und das ist halt übelst, das ist so eine fürsorgliche Zeit für mich selber, wo ich dann halt keinerlei Aufgaben hinterher renne, auch wenn mich Zelda manchmal stresst, äh, bedingt durch die Spannung und so weiter. Aber, äh, wirklich, das ist, ich genieße das, dass ich mir diese Zeit nehmen kann und finde das großartig, ey. Ja, und jetzt habe ich, haha, jetzt habe ich heute, heute ist ein Päckchen von Amazon angekommen bei mir. Ähm, es gibt natürlich auch tolle andere Lieferdienste und Häuser, wo man bestellen kann, aber ich habe mir eine Capture-Card bestellt, das heißt, wahrscheinlich kann man bald Kollege Hartmann bei Twitch finden, wie er Zelda spielt und da kann man das streamen, Alter. Geil. Mal gucken, ob ich das durchziehe, es ist eigentlich eher so, dass meine, äh, Freundin, äh, eine Begeisterung empfindet, mir beim Spielen zuzugucken und sie ist auch so, dass sie sich gerne Zeit für sich selbst nimmt und, äh, ihren zahlreichen Hobbys nachgeht und, ähm, irgendwie finden wir den Gedanken schön, dass ich dann hier zu Hause sitze und Zelda spiele und sie sitzt bei sich zu Hause, geht ihren Hobbys mit und sie kann dann nebenbei den Stream von mir bei Zelda laufen lassen und mal gucken, ob sich da draus was öffentlich... Wie so eine Watch-Party. Ja, schon, also mal gucken, vielleicht kann man bald mir beim Konsole-Zocken zugucken, mal gucken. Zelda war eines der ersten Gameboy-Spiele, die ich auf meinen Gameboy, ja, Basic-Gameboy 94 zusammen mit Tetris in Super Mario World 2 bekommen habe und ich war aber auch zu dumm am Anfang für das Spiel, das heißt, ich habe, nachdem ich Super Mario 5000 Mal durchgezockt habe und Tetris halt auch, äh, äh, Iconic-Spielstände erzeugt habe, ähm, musste das dann irgendwie ran, ja. Und dann war ich zu dumm, dort über den Fluss zu kommen, das heißt, ich habe die ganze Zeit nur das Gras gemäht, dafür hat man ja irgendwie Kohle bekommen und habe im Laden irgendwas geklaut, ne. Das waren so die zwei Dinge, die, es gab ja damals, du konntest nichts googeln, es gab keine, ich hatte keine Kohle. Es ist das erste Mal, dass ich Zelda spiele, ich habe von allen anderen Teilen gar keine Ahnung. Krass, ja, okay, ja, aber irgendwann habe ich es dann mal geschafft und bin übers Wasser gekommen, aber nach Jahren oder so, also so ein, zwei Jahre später und ich hatte auch keine Kohle für oder hatte, also, ey, ich hatte ja auch erst lesen gelernt und so, ich hatte, war jetzt null ambitioniert irgendwie in solche Spieleberater zu gucken. Ja, das habe ich bei Pokémon später gemacht, also, ich hatte keine Kohle dafür, die Karten haben wir eh geklaut, das war immer ein Sport vor dem Herrn, ne, und, ähm, genau, und dann aber in fünfter, sechster Klasse war man so geistesgegenwärtig, dass man einfach zu Müller gegangen ist und halt, wenn man mal nicht weitergekommen ist, diesen, diese, diese Sackgasse dann durch den Spieleberater gelöst hat, ja. Was, was meinst du jetzt mit Spieleberater? Ja, das war so ein Buch, äh, also eine Komplettlösung oder was? Das ist ein Komplettlösungsbuch, whatever, eigentlich kratzte das ja am R-Gefühl, weil man von sich aus darauf kommen wollte, so, wenn jetzt irgendwas ist in den Editionen, ich habe keine Zeit, dann google ich das einfach sofort, wenn ich, Habe ich bisher noch nicht gemacht bei Zelda, bin da sehr stolz auf mich gerade, dass ich es komplett alleine durchspiele gerade. Ja, nee, das sind, ey, bei Pokémon sind das nur so tricky Sachen wie, äh, wir sind jetzt schon echt krass weit, also ich glaube, mir fehlen noch 20, dann habe ich alle 150, den Rest, den Rest ignoriere ich ja komplett. Die gehören für mich nicht dazu, die die nachgekommen sind. Nee, es gibt noch so diese zweite Generation aus Silber und Gold, die, die akzeptiere ich noch, ja, so, wobei meine Tochter jetzt halt auch so eine Folgeserie davon guckt, die sie auch echt sehr mag und, ähm, ich bin da immer so ambivalent, wir lesen ja noch gute Bücher, ich habe immer so ein halbschlechtes Gewissen, dass unser, wir sind halt übelste Pokémon-Ultras wieder geworden, weil meine Tochter das auch so abkultet und, wir haben ja noch befreundete Familien, ich habe das mal so, da war ich so überrascht im Kindergarten, habe ich das mal, irgendwie war es eigentlich nur Smalltalk und da habe ich das mal so einem Papa von einer anderen Familie zugerufen, wie, also was, was, was spielt ihr gerade? Ich so, let's go Pikachu und dann, das ist wie die Edition und Pikachu sitzt dann noch auf deiner Schulter und so, was, sagt der Herr und die, du kannst die Viecher rausholen und die laufen richtig neben dir her. Und so, geil. Und eine Woche später kam von seiner Frau eine Mail, wir müssen uns, äh, unser Kadabra kann sich nicht zu Simsala entwickeln, wir müssen, wir müssen uns zum Tauschen treffen und dann kommt, da kommt die da zu viert, weißt du, also mit ihren, mit ihren beiden Kindern, die auch die ganze Zeit nur diese Pokémon-Namen abrufen und die beiden auch halt noch so Altgenerationen wie wir und dann sitzen wir da zu siebend auf dem Sofa und tauschen Pokémon und alles. Weißt du, und meine Eltern, die haben früher mit, mit, mit Sorge geguckt auf uns, dass wir so einen Scheiß abkulten, ja, so nach dem Motto, was ja anteilig auch verstehen kann, also, deswegen sage ich immer schlechtes Gewissen, mein Kind hat einfach mal, ey, ohne Scheiß, Alter, die kennt einfach mal 200 Pokémon-Namen, die kennt mittlerweile schon mehr als ich, ja, so, deswegen habe ich immer so ein latent schlechtes Gewissen, aber es ist halt auch irgendwie süß, ja, so, es eint irgendwie als Familie und so, es macht, äh, deswegen stehe ich dann irgendwie doch dahinter, ja, so. Ey, gibt's ein analoges Spiel, was du gerade gut findest, ein Gesellschaftsspiel? Naja, eins, in das ich reingezwungen werde durch, durch mein Kind, also wir zocken super viel, Mensch, ärgere dich nicht, doppel, ich weiß nicht, kennst du doppel? Das, wo du hier diese Symbole erkennen musst und so, das ist mein Lieblingsspiel zur Zeit, darauf wäre ich nämlich gerade... Ja, haben wir auch eine Pokémon-Version zu Hause. Wie viele Figuren sind da abgebildet, weißt du das? Ich glaube schon immer so 15 oder so. Weil, weil ich hab mir nämlich, ähm, ich hab das bei einer Freundin gesehen und fand das halt geil, das Spiel, weil wir hatten so ein anderes, ähm, Kings to the Corner haben wir gespielt und das war halt ein sehr brainlastiges, äh, Spiel und irgendwie Double ist halt so ein, das ist halt so ein No-Brainer, da muss man halt zwar schnell sein und Dinge erkennen können und so, das finde ich aber irgendwie interessanter, als wenn man jetzt alle Regeln kennen muss und so. Und, ähm, diese Version, die ich da halt gesehen habe, die bestand halt aus so verschiedensten, äh, Symbolen, die einem aber von sich alleine sofort Aufschluss geben, was es ist, also ein Eiswürfel, ein Schneemann, ein, ein Auto, eine, 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 eine Figur oder sonst irgend sowas und ich hab meinem Neffen eine andere Version davon geschenkt, weil ich dachte mir, okay, da sind jetzt Tiere drauf, das ist bestimmt cool. Digga, das sind einfach, ich glaube, in dem normalen Double sind das 25 verschiedene Symbole, die halt eben, du siehst das und du kannst es benennen, Flasche, Hund, Ventilator, was weiß ich und dann hast du aber so eins mit 50 Tieren und du musst erstmal die ganzen Tiernamen auf dem Tacho haben und die sind auch noch so designt, dass ich das nicht immer ganz von selber aufschlussreich finde, was das für ein Tier ist. Das ist schon wieder so Next Level angeben wahrscheinlich. Alter, ich fand das komplizierter, ich fand das viel, viel komplizierter und es war vom Alter her früher freigegeben, also sogar früher freigegeben als das normale Double, da dachte ich so, hä, übelst krass. Ja, krass. Und vor allem so Tiere, so Axel Lottl und, keine Ahnung, irgend solche. Axel Lottl hat einen extremen Popularitätszuwachs erfahren über die letzten Jahre, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, klar. Das fand ich krass und wenn es das dann mit Pokémon gibt, dann werden das ja auch nicht wenige Pokémon sein, die da wahrscheinlich abgebildet sind. Das geht, das ist schon irgendwie überschaubar gehalten. Also klar ist es tricky, aber genau das ist das, wo ich halt gesagt habe, wo ich Angst hatte, dass mein, das so unnutzes Wissen halt einfach, dass mein Kind auf jeden Fall mehr Pokémon kennt als, äh, als, ähm, als richtige Tiere. Als andere Kinder. Als andere Kinder, ja, genau. Nee, aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein pädagogisches Gegenangebot und, äh, das ist wie mit dieser Fernsehzeit oder so, ne? Das ist so, wir haben heute auch mit einem Film gestartet mit Kapp und Kapper, den ich auch echt irgendwie so... Kapper. Kapper, ja, Kapp und Kapper auf Sächsisch, ja, genau. Ist ja geil, wenn die die alle nochmal Sächsisch synchronisieren würden. Das ist eine Pflicht, ich finde, das sollte man ins Grundgesetz verankern. Ja, absolut, ja, genau. Nee, und dann gucke ich aber trotzdem, dass ich die Bildschirmzeiten irgendwie, äh, senke oder so ein bisschen im, im, im Überblick behalte. Und nochmal zu dem Thema Spiel, äh, da gibt es noch einige andere, was auch so ein bisschen den Charakter von Doppel hat, ist, dass, äh, du hast solche, äh, farblichen Hütchen und, äh, darunter sind eben verschiedene Sachen. Und dann würfelst du, hast die Farbe und musst dir gemerkt haben, dass unter dem Grün zum Beispiel der Frosch ist, ja. So, dann bekommst du den Frosch, legst ein anderes Vieh drunter, du hast natürlich mehr Farbkegel, ja. Ist auch so ein Brain-Ding, so ein bisschen wie Memory, was wir auch in verschiedenen Versionen haben. Ey, du stellst jetzt den Kopf, pass auf, ich erzähl dir jetzt mal was, Memory, ja. Meine Eltern haben mich damals fertig gemacht, jetzt macht mich mein Kind fertig. Also ich hab, ich hab, ich hab, ich hab null, ich muss selber eben seiern, wo ich schon wieder gemerkt hab, dass wir einen, einen hässlichen Ei wie dem anderen gleichen scheinbar, das ist auch dein, ist das auch deine Sackgasse, oder bist du gut? Ja, 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 kann ich nicht, kannst du vergessen, kannst du vergessen. Ich hab mal einen blickigen Moment gehabt, frühs, da hab ich mein Kind fertig gemacht, ja, das ist, da hab ich wirklich, und die war so sauer, ja, das ist, und ich hab mich so gefreut, ja, das ist irgendwie in dem Moment, ich hab noch nicht mal einen Kaffee getrunken, ich war einfach irgendwie wach, frühs, das, weil ich von mir überhaupt nicht kenne, ja, und dann, es war, da war der Frosch, da waren die Buntstifte, ja, wir haben ja auch noch diese klassischen dummen Kack-Motive, ja, also die aus meiner Kindheit heraus schon Hass mit sich führen, so, wenn du mich wütend machen willst, zeig mir die Schlosskarte aus Memory, so, dann dreh ich durch, ja, ähm, und dann haben wir auch noch so, so ein dummes Wurstspiel, also wo, äh, du hast verschiedene, du hast auch Spielfiguren, die schickst du los, du darfst aber nicht diagonal laufen, nur vor, zurück, und musst das Maximum an Würsten, äh, schnappen, so, und wer die meisten Würste hat, auf solchen Kärtchen, hat halt gewonnen, ne, für, für seine Hunde, und das hat schon so, so leichte, so leichte... Von seinen Hunden oder für seine Hunde? Für seine Hunde, ja, genau. Das würde ja einen Unterschied bedeuten, sag ich mal. Ja, das sind so dumme, aber ich hab von meinem Nachbarn... Die Füllung der Wurst wäre eine andere. Genau, richtig. Es geht halt bei den Spielen immer darum, zu gewinnen, und mein Nachbar hat mir vor kurzem ein ganz geiles Spiel, äh, mit so leuchtenden Hütchen, und da bist du im Wald und löst gemeinsam Aufgaben geschickt, also wo du eher so als Team agierst, das steht auf meiner Game-List, sozusagen, und das würde ich, ähm, das würde ich mir echt gerne mal besorgen, weil so miteinander finde ich irgendwie cool, vom Gedanken her. Ich hab grad, also, ich hab dir gerade, also dein Pamphlet von dem Spiel, ich sag mal, ich hab dir zu 85% aktiv zugehört. Ja, das ist gut. Das ist mehr als sonst. Das ist mehr als sonst. Ich hab's hingekriegt, mich ein bisschen zu fokussieren, weil ich hatte eine Blitzidee, die ich, ich wollte dich eigentlich sofort unterbrechen, hab's aber hingekriegt, vielleicht hast du mich beobachtet und es nicht zuzuordnen gewusst, weil ich hab meine Arme kurz so hochgenommen, und dann hab ich die aber wieder so runtergenommen und hab mich wieder... Ich denk, das ist Begeisterung, dass ich denk wirklich, ich so selbstverliebt oder bezogen bin, ich denk wirklich, das hat was mit dem zu tun, was ich erzähle. Nee, das war meine eigene Idee, die ich aber noch zurückhalten konnte. Ich hab mich über mich selbst gefreut. Und pass auf, ich hab ja diese Capture Card gekauft, das heißt, ich kann bald Konsole streamen, das heißt, wir können gemeinsam mal spielen und können das streamen bei Twitch. Ist ja geil. Das könnten wir dann machen, stellen wir eine Webcam auf und dann spielen wir ein Spiel zusammen und dann streamen wir uns bei Twitch, wie wir zocken, können das Video am Ende speichern und können das dann auch noch bei YouTube hochladen oder so. Ey, das ist eigentlich, das ist so ein... Wir könnten so ein Giganten-Loser-Treffen machen, wenn zwei solche dummen Vollidioten wie wir... Oh, der müsste mal eigentlich mit Vandalismus auch Switch... Ja, Switch spielen, weil der ist doch auch im Game. Ja, voll, aber den könnte ich mir klug bei Memory vorstellen. Boah, das ist bestimmt ein Arschloch bei Memory, wirklich. Memory. Du Memory-Arschloch, ey. Der ist bestimmt gut da drin, ey. Du Memory bist gut bei Memory. Ich mag... Ey, ich liebe dich, aber ich wette, du bist da drin gut, wenn du das hören solltest. Ey, wir bauen das mal als Easter Egg ein, wir gucken mal, ob er reagiert. Das wird jetzt lustig, ja. Okay, ich begrüße mal. Das prüfen wir eh noch als loyalen Hörer. Ja, genau. Nee, aber du und ich, Memory, wie wären das nicht Giganten... Ja, so Giganten-Treffen der Loser. Als Veranstaltung, das große, nicht die einzigen Memory... Am Ende, ey, am Ende ist das nur, wie wir beide einfach nur super frustriert überlegen, war man voll scharf gedeckt. Und dann das Geile ist, wenn du zum zehntausendsten Mal die Erdbeere aufdeckst, das ist... Oh, die dumme Erdbeere. Nein. Das war genau darunter. Oh, geil. Okay, es gibt also Pläne, es gibt hier, ihr seid Zeuge von unseren Pitchings gerade. Super Sache. Auf jeden Fall. Ich möchte noch was loswerden, weil wir gerade wieder in der Selbstbeweihräucherung sind. Und ich dann auch noch fünf Sachen. Also, ich spielte ja dieses Konzert am 30.03. Ich war dabei, es war geil. Es war wirklich wunderschön. Soll ich kurz Bezug nehmen? Soll ich ein bisschen was erzählen davon? Na klar, komm. Also, wir haben das ja... Wir sind noch ein Plauder-Podcast. Wir haben das hier im Leipziger Westen gespielt, in einem vergesellschafteten Raum. Und der Großteil der Einnahmen... Es gab auch ein Kuchen-Buffet, was sich größter Beliebtheit erfreut hat. Ich fand es auch sehr lecker. Der Zupfkuchen war gut. Der war natürlich auch von dir flexgezupftes Wunder. Oh ja, es gab Namen. Ja, es gab Namen für die Kuchen. Also, die krassesten Shoutouts muss ich senden an diesen Käse-Schokokuchen. Also, die waren alle vegan, muss man dazu sagen. Und der Zupf war wirklich geil. Altes Familienrezept aus dem Internet. Aber der war richtig krass. Dieser Käse-Schokokuchen, weißt du, welchen ich meine? Der hatte den gemacht, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Shishi hat den gemacht. Okay, der war wirklich gut, ja. Genau, und da ist echt... Also, das ist rein Soli-Geld gewesen. Da kam eine schöne Summe zusammen, den wir dann diesem vergesellschafteten Raum zur Verfügung stellen konnten. Das war sehr, sehr schön. Und lecker. Und sehr lecker. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Für mich ist das halt cool, weil ich quasi einen neuen Weg gehen konnte, das mal probieren konnte, wie das ist. Weil normalerweise kennt man das natürlich, dass auf Partys so ein Soli-Schnaps angeboten wurde. Und ich sehe das überhaupt nicht, warum ich das machen sollte, wenn ich halt vor zwei Jahren, einfach vor über zwei Jahren, beschlossen habe, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und dann denke ich mir, das ist doch eine schöne Angelegenheit. Und das ist auch teilweise das Feedback gewesen, weil ich spiele natürlich Lieder, wo ich auch dem Konsum huldige und ordne das dann aber auch während des Konzertes ein. Und das werde ich auch in Zukunft mir nicht nehmen lassen, das auch weiterhin mit aktuellen Situationen irgendwie einzusortieren auf Konzerten. Und ich merke auch immer wieder, wie das Leute abholt. So gab es ein Feedback von einer Person, die erst kurz vor dem Konzert das erste Mal bei einer Entgiftung war, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat so richtig. Und genau, ich liebe solche Menschen, die, also es tut mir natürlich mega leid, dass die erst durch irgendwelche beschissenen Umstände anfangen, vielleicht ihr Lebensmodell zu überdenken. Aber ich freue mich, dass das passiert und dass die Menschen sich Hilfe suchen. Und ich kriege dann als Feedback, dass sich Leute extrem drüber freuen, dass ich halt eben sage, dass ich das so und so händle, dass halt eben seit zwei Jahren das so und so ist. Und ich freue mich dann, dass die Menschen sich gesehen fühlen und dass es dann quasi auch für die Art von Menschen ein neuer Safe Space geschaffen wird, wo man quasi ausgelassen feiern kann, aber nicht gezwungen ist, sich in irgendeinem Rauschkonzept der Crowd auch wiederfinden zu müssen. Weil das kann natürlich auch einen gesellschaftlichen Druck mit sich bringen. Und ich finde das schön, dass Menschen dann auch für sich rausfinden, dass das bei uns halt nicht so sein muss. Und das finde ich sehr schön. Und meine Backup-Rapperin Laura Klar, aka The Fosie, die auch eine sehr talentierte DJ ist und eine sehr talentierte redaktionell arbeitleistende Person ist, die ist privatpersönlich auf einem Konzert letztens gewesen, wo sie angesprochen wurde, ob sie denn nicht irgendwie zu Kollege Hartmann gehören würde. und das fand ich ganz witzig, weil offensichtlich schien das eine Hörerin unseres Podcasts zu sein, die mich gar nicht durch meine Musik kannte, sondern durch den Podcast und dadurch wohl auf die Musik gestoßen ist oder zumindest auf mein Instagram, weiß ich gerade nicht genau, aber sich sehr, sehr positiv drüber geäußert hat. Und da ist halt so viel drin, was ich so schön finde und erbaulich finde, weil zum einen hat sich Laura gefreut, dass sie so angesprochen und erkannt wurde. Das fand sie halt cool. Ich wiederum finde das cool, wenn jemand Positives über mich im Podcast zu berichten weiß und ja, ich finde das gerade alles irgendwie ganz, ganz, das ist ein ganz kuscheliges Gefühl irgendwie, so muss ich sagen für mich. Voll. Ich habe das auch immer, also ich finde das super faszinierend, auf Konzerte zu gehen und mindestens zwei bis dreimal angesprochen zu werden auf diese Edgar einfühlsamen Sache und auf die Wertschätzung. Das ist dann auch immer lieb und nett, irgendwie Schulter wird getätschelt oder irgendwie eine Zuwendungsbekundung und genau dadurch, dass wir jetzt nicht so halb large oder sonst sowas sind, ist das eher so wie, ja, das ist, es ist einfach eine positive Zuwendung und meistens von Menschen, die irgendwie nett aussehen oder freundlich aussehen. Ja, so super. Ja, oder freundlich auf einen zutreten. Ja, genau. Und so super unaufdringlich. Einfach so, ich schätze, was du machst und ich sage dann meistens auch immer, dass ich irgendwie die Wertschätzung schätze. Das ist einfach irgendwie ein nettes Feedback und auch nicht so abstrakt, wie wenn wir jetzt hier sitzen und dann guckst du irgendwie mal ins Backend. Oh, krass, okay, so viele Leute haben die letzte Folge gehört, das ist ja schön, aber das ist so wenig griffig. Und zu deinem Konzi und auch dem Kuchenbuffet, auch halt eine geile Sache, so eine Weiterentwicklung davon. Ich bin letztes, also von Party einfach so, das ist alle, alle sind grundsätzlich erst mal nett, keiner besäuft sich über die Maßen und torkelt dann rum und erzählt irgendeinen unqualifizierten Scheiß oder so, ja. Du hast einfach das Gefühl, es entspricht so ein bisschen deinem Lebensabschnitt und auch dem Wissen, so einen Erfahrungsstand, den du mittlerweile hast. Ja, ich bin letztes Jahr mal mit zwei Freundinnen, die halt auch einfach nur zu Trashy-Mucke dancen wollten, mit ins Elsterartig gegangen, wo ich noch nie war. Und das war für mich wie so eine Zeitreise, wo natürlich hier und da auch, ich will niemanden pauschalisieren, da und dort immer mal nette Inseln an Menschen waren, die auch irgendwie cute aussahen, aber halt auch super gedrängt und super viel Aggression schon in der Körpersprache und so ein Kram, wo du dir denkst, wenn ich irgendwie zwei, dreimal im Jahr Trashy tanzen gehe, dann ja auch meistens in sowas wie Ilses Erika, wo auch alles, überall solche Nice Guys rumflattern und das bei deinem Konzi halt auch irgendwie das Gleiche, dass du sagst, ja, es ist irgendwie schön, da die adäquate Bubble angesteuert oder gefunden zu haben oder vielleicht in dem Fall jetzt auch mit erzeugt zu haben, ja, durch solche Formate und dass das halt geht, dass man sich irgendwie in relativ netten Habitaten erstmal geografisch unabhängig bewegt, die einfach schön sind, so was die Menschen angeht. Ich will an der Stelle auf jeden Fall mal noch kurz Name-Dropping betreiben, weil der Abend, der ist natürlich nicht bloß mir zu verdanken gewesen. Ich möchte natürlich auch noch mal übelst großes Danke an Sermantes ausdrücken, der da auch aufgetreten ist, der Support gespielt hat, der hat auch noch viele tolle Gäste mit dabei gehabt, unter anderem Juno 030, kennt man hier aus Leipzig, glaubt, die wird auch so large die nächsten Monate und Jahre. David Novell ist da gewesen, irgendein Frank war auch da, fand ich ganz funny, ich liebe den Typen, und ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall von Sermantes die neu erschienene EP appreciaten und euch wärmstens ans Herz legen, das ist gerade, das ist gerade meine meist gestreamteste Musik, ganz ehrlich so, also ich höre ja sonst kein Rap, aber das hat sich bei mir auch wirklich geändert, ich höre ja wirklich mittlerweile so viel andere Musik, weil ich das, weil wenn ich Rap höre, dann bin ich oft so, dann werde ich so ganz klein im Selbstvertrauen, weil ich immer so denke, ach, die machen alle so viel und ich nicht und deswegen frage ich das oft nicht, mir Rap anzuhören, weil ich dann immer so neidisch werde, dass ich das nicht mehr schaffe, das so im Output hinzukriegen, naja, sei es drum. Das ist irgendwie süß und ehrlich, aber ich höre tatsächlich super wenig Rap, weil, ja, weil sich das auch so ergeben hat, irgendwie nicht, dass ich eine Abneigung habe, weil ich rappe ja selber noch gern, ich habe erst ein ganzes Rap-Album jetzt irgendwie gemacht, ja, außer halt irgendwie so weibliche Artists, ich höre super gern Doja Cat oder Megan Thee Stallion oder sowas, ne, so, weil das, ja, aber ist halt mein Film, ich habe halt eine Tochter, ich bin eh dafür da, um den Frauen den Rücken zu stärken, das wäre eh, sorry, ich wollte dich nicht überbrechen. Nee, Sermantus will ich an der Stelle nochmal appreciaten, auf jeden Fall, es ist zwar eigentlich noch nicht die Zeit dafür, unsere Playlist zu bearbeiten, aber ich möchte auf jeden Fall später auf die Playlist von Sermantus Jeremy Fragrance heißt das Lied, glaube ich, das möchte ich auf die Playlist setzen, das ist eins meiner Lieblingssongs, generell die ganze EP ist extrem wertvoll, ich finde, da sind so krasse Aussagen drin, ich möchte mal, du hast die EP auch schon gehört? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht? Ich habe, soll ich dann noch warten, auf die EP, weil ich hätte voll Bock, über die EP zu sprechen? Können wir gerne machen, weil geplant ist ja auch, also gucken wir, ob wir es schaffen oder so, wir haben uns ja auch schon mal unterhalten, dass wir mal eine Folge zusammen machen und über, über sein Projekt sprechen. Ja. Genau, ich habe bloß die letzten Wochen, wo ich selber überrascht war, vier, fünf Interviews geführt, weil die alle irgendwie auf den Punkt konnten und jetzt auch releasen, weshalb ich natürlich sehr in dieser Musik gelebt habe. Genau. Dann, dann gönnt euch einfach die EP, vielleicht findet ihr selber raus, was mir da dran so gut gefällt, ich würde sagen, wir finden einen anderen Zeitpunkt, wo du dann auch im Bilde bist, über die Musik und dann möchte ich voll gerne mit dir nochmal sprechen, weil mir das auf menschlicher Ebene sehr viel gibt, diese EP. Ja, übe es gerne, übe es gerne, aber wenn wir auch, wenn wir dort nicht sind, ich finde das jetzt auch nicht so wild, wenn wir es jetzt machen, genau, dann denke ich auch irgendwie dran, wir haben heute voll Leipzig-Bezug, weil ich würde draufpacken, Carrie mit Seitenstreifen. Ah, schön. Genau, weil ich mit ihr auch einen Talk gemacht habe, der jetzt irgendwie demnächst kommt und dann, wer auch noch ein Album rausbringen wird, die nächsten ein, zwei, drei Wochen ist Sorry 3000. Ah, liebe ich alle. Ja, ja, habe ich mich, ich habe mich mit jemandem von denen getroffen und ein Gespräch geführt und das Cute war auch noch, dass die Anfrage nicht von mir, sondern von denen kam. Geil. Und genau, und wir haben lange über das Album gesprochen und das Album ist Hammer und ich würde das Song hinterm Kreisel draufpacken. Also Sorry 3000, es ist, Folgendes hat sich zugetragen letztes Jahr, da war doch so ein Open Air, also es sind mehrere Open Air im Conny Island gewesen und da hat ja hier auch Agne Kid Joe gespielt, Sorry 3000 haben gespielt. Pogentroblem. Pogentroblem, da hast du ja auch ein Interview geführt, glaube ich. Da habe ich auch Sorry 3000 kennengelernt, habe ich hier ja live gesehen und musste mich übelst wegballern. Alter, die sind so gut und ich bin, also ich liebe die nach wie vor, aber ich war so ein kleines bisschen enttäuscht, weil die haben sich natürlich so Fake-Namen gegeben und die Sängerin, die heißt halt Steffi Hartmann als Kunstfigur und die heißt halt weder Steffi noch Hartmann und Frankie, also Frank, der heißt halt auch nicht wirklich Frank und das war für mich immer so, Oh sorry 3000, die liebe ich voll, weil in Kombination heißen die wie ich, weil ich heiße auch Frank Hartmann und ich fand das immer total geil und ja, dann war ich ein bisschen enttäuscht, aber das sind sehr, sehr coole Leute. Mit wem hast du dich getroffen von denen? Mit Frank. Okay, cool. Er ist so ein cooler Typ, Alter. Ich bin, ich muss aber auch immer Frankie, genau, ich muss immer gucken, dass ich nicht durcheinander komme, weil deren LKAs ja so bürgerliche Namen sind. Muss aber auch dazu sagen, ich werde das jetzt nicht verraten, aber es hat auch seinen Grund, warum die LKAs haben und ja, aber ich finde das, ich finde das schön und ich mag, ich mag irgendwie, dass du da Gesellschaftskritik hast und die steuern, man kann nicht mal sagen, weil das ist ihnen selber von sich auch wichtig, die steuern nicht mal direkt eine Ironieebene an, denn wenn sie sagen würden, das wäre eine Ironieebene, würde das bedeuten, dass sie diese vermeintlich kleinbürgerlichen Themen, die sie da ansprechen, dass sie sich darüber lustig machen. Sie sehen sich ja aber auch anteilig selber da drin. Ja, so und deswegen ist so, ja, so eine spektakuläre Unaufgeregtheit erzeugt dort so eine geile Humoristik, die als Trademark der Band auch irgendwie funktioniert und das zieht sich halt durch alle Songs irgendwie. Zum letzten Album wurden die, glaube ich, von laut.de auch verrissen. Echt? Fand ich gemein. Da wo Nasenspray drauf war, also dieses, ihr Hit-Album eigentlich. Ich finde es auch mega, also es gibt da echt auch, ich möchte, ich glaube, ich möchte auch was von denen auf die Playlist setzen. Unbedingt. Eigentlich hätte ich auch von dir erwartet, dass du hier die funkelnden Lichter der Neustadt funkeln auf mich herab. Dieses Lied über Halle Neustadt. Ja, aber ich mache ja, die bringen ja gerade neue Musik raus. Ja, da muss man die neue Mucke auch draufsetzen. Genau, das neue Album kommt. Sogar, also vielleicht, warte mal, ich muss mal überlegen. Ich glaube, am 18.04. Das ist ein, heute ist der 13. Wir nehmen heute am 13. April auf. Das ist quasi in fünf Tagen. Also es wird schon rausgekommen sein, wenn wir hier darüber sprechen. Genau, und deswegen, ja, habe ich halt Bock jetzt einfach, diesen Song draufzupacken, weil er auch geil ist. Ja. Ja, also hört euch hinterm Kreisel an oder hört euch auch das ganze Album an. Es ist wirklich, also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja. Die sind auch auf Tour, also man kann sie auch live sehen. Also einfach mal gucken. Spannend. Kannst du schon, willst du schon sagen, wen du so interviewt hast, mit wem alles was kommt, wenn du jetzt so viel gemacht hast? Also mich interessiert das ja tatsächlich, also das ist natürlich Werbung irgendwie auch jetzt für das Format, was die andere Hälfte deiner Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber mich interessiert das ja auch privat, weil ich ja auch viel von dem, die du vors Mikrofon bekommst, das ist ja auch Mucke, die mich privat interessiert. Ja, ich habe da auch keinen Stress, weil es wird raus, also ich habe da auch keine Ansprüche von, das muss jetzt super geheim bleiben, weil in drei, vier Wochen sind die eh alle online. Ich bin eher gerade sogar in so einer Situation, da ich nicht hinterherkomme, die Folgen fertig zu machen und das sind so viele Interviews, dass ich meinen Turnus brechen müsste, weil die jetzt alle muss, weil die jetzt alle Alben rausbringen und das waren alles Gespräche, die ich nice fand, die ich gerne machen wollte. Von daher werde ich jetzt so im April, Mai mal Folgen rausballern wie irre, weil das auch dumm ist. Die bringen jetzt alle ihre Alben gerade raus, das sind auch viele Artists. In letzter Zeit habe ich ja auch Leute interviewt, die keine Musik gemacht haben und so. Genau, und das sind jetzt Carrie und Sorry 3000 gewesen. Nächste Woche spreche ich mit Jolle. Weiß nicht, ob du die kennst, kann man auch hart empfehlen. Der Name ist mir auf jeden Fall jetzt öfter schon mal über ein Screen gehuscht, aber ich bin nicht im Bilde gerade. Genau, sollte dir eigentlich gefallen. Also ich würde sie schon mehr als Sängerin klassifizieren. Genau, ist auch relativ geil. A, zu dem SK bringt ein neues Album raus, was sehr, sehr schön ist, fühlt sich wirklich sehr cremig, sehr soulig an. Ist auch ein Song für Lord Folter zusammen mit Dennis Riel drauf. Der gefällt mir wirklich sehr gut und da fehlt noch jemand tatsächlich. Ich bin, aber ist ja nicht so, als ob das nicht reichen würde. Teppi. Danke. Du hilfst mir. Genau, Teppi Pilgrim bringt am 28.04. ein wirklich sehr gutes Album raus über ihre Bipolaritätsdiagnose. Wobei nicht ausschließlich, aber da ist schon ein krasser Zentralfokus drauf. Und das war natürlich auch iconic, das Gespräch. Und iconic ist das falsche Wort, es war einfach schön. Ich finde es vor allem auch spannend. Ich glaube, Teppi ist noch mal eine Ecke jünger als wir. Und wir sprechen auch so über ihren Reifeprozess, weil sie hinter ihren dermaligen Alligator-Obsessionen und ihrem ersten Album natürlich immer noch dahinter steht, aber sich da so irgendwie überhaupt nicht mehr sieht. Und ich finde, im Vergleich zum letzten Gespräch mit ihr merkt man irgendwie, dass sie schon irgendwie noch funny ist in ihrer Art, aber schon irgendwie Dinge direkter bearbeitet und bespricht und sich manchmal in gewissen Themen weniger hinter irgendwelchen Albernheiten so versteckt, sondern doch, also es war ein sehr cooles, direktes Gespräch einfach so. Genau. Es ist, ich schneide und ballere die alle raus, wie ich es schaffe. Ja. Momentan geht es wieder steil auf allen Ebenen und dann sind das alles nice Gespräche und geile Mucke, die dahinter steht, die ich empfehlen kann. Also kommt gerade geile Mucke raus, so, was das angeht. Nice. Genau. Und da wir eigentlich auch einen Hehl daraus machen, werde ich das jetzt für die schätzenswerten Ultras schon mal angesprochen haben. Ich werde dieses Jahr auch, ich fand ja deine Veranstaltung auch so süß, eine schöne Happy Birthday to me, Edgar Fatsche machen am 6. September und wir haben auch die Idee, wir wollten das ja schon immer mal machen, dort einfach mal eine Live-Folge aufzunehmen mit Gast. Dann habt ihr das schon mal gehört. Ich werde das auch so ein bisschen wie du Standort verdeckt irgendwann mal announcen, die nächsten Wochen und dann kann man schon mal zugreifen auf süße kleine Tickets und es wird klein, es wird gemütlich und dann können sich alle schon mal eine Kerbe machen ins Kalenderchen. Fühlt sich irgendwie an wie Abschluss gerade? Nicht ganz. Ich wollte noch eine Sache besprechen. Schön, ich wollte noch nicht, dass es zu Ende ist, aber ich hatte jetzt gerade auch, also ich hätte noch ein Thema gehabt, aber das wäre jetzt noch so ein dummes Thema geworden, aber egal. Ich habe, mich hat was beschäftigt die Woche und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich bespreche das mit Harti im Podcast und wir taggen das auch nicht, weil ich finde, wenn ich irgendwas gut finde, da ist mir noch mal das Schätzenswerte an unserem Format aufgefallen, wir können ja hier Dinge relativ breit besprechen und wenn wir das nicht taggen, dann wird das, also ich hätte gerne auch irgendeinen Post, einen Solidaritätspost dazu gemacht und egal, wie ich es in meinem Kopf formuliert habe, ich habe gedacht, Social Media ist einfach die falsche Plattform und mich hat nämlich so ein bisschen bewegt und mitgenommen, was mit Helene Fares die letzten Tage passiert ist, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, sie wurde, sie hat ja beim SWR ein Format moderiert und wurde entlassen, da sie in einem Instagram Video, also sie macht ja generell sehr viel politische, aktivistische Arbeit und fehlt auch bei den Homegirls-Folgen jetzt immer mal, weil sie eben wirklich aus dem Gaza aktiv hilft, Familien zu retten, zu begleiten, in sichere Gebiete zu überführen und macht natürlich viel politische Arbeit so und sie hat in einem Instagram Video eine App beworben, die eine Zeit lang auf Google, im Google Store verfügbar war, dann offline genommen wurde, dann hat sich die Beschreibung geändert und dann war sie wieder da, mit dieser App kannst du Produkte scannen und du siehst dann, ob die Produkte israelische Zuordnung haben, also ein Beispiel ist Alpro, sie hat halt ihre Lieblings-Schoko-Hafermilch gezeigt, und hat gesagt, hier sieht man, Alpro gehört ja eigentlich zu Danone, dass dort Alpro in israelische Startups mit investiert und dafür wurde sie im Grunde genommen geblamed, es gab, das ist super krass, wenn du einen Menschen kennst, und ich kenne Helene ja schon eine Weile, ist jetzt nicht meine beste Freundin, um Gottes Willen, aber war ja früher auch bei mir in der Sendung und ist es nicht unherzlich und so und ich kenne sie ja schon, seitdem sie sehr jung ist, und dann sehe ich auf einmal Nachrichtenbeiträge, die Welt berichtet über Helene Fares, mit so einem Opener wie, keine Geschäften mit Juden machen, das ist sehr beunruhigend, irgendwelche komischen, hässlichen Weißbrote, die sie als Antisemitistin ausrufen, also darüber wurde ja wirklich deutschlandmedial berichtet, also das war, das ist krass relevant, halt auch gesprochen worden, und ich verstehe, deswegen sage ich, ich freue mich, dass wir im Podcast drüber reden, in einem kleinen Radius, ich weiß um, also die Folge wird jetzt nicht heißen, von Edward dem Hamster zu Helene Fares, weil ich nicht will, dass es getaggt wird, ich will mich da gerne dialektisch drüber unterhalten und äußern, ja, so, also, ich, man muss einfach sehen, Helene mit, mit arabischen Wurzeln, ja, oder als Araberin, fühlt einfach gerade mit, ja, mit Menschen im, ähm, im Gaza-Streifen und, und fühlt so intensiv mit, dass sie das wirklich schon lange fertig macht, was da teilweise passiert, ja, ähm, hat aber, gestern ist auch so ein Post erschienen, mit einer relativ bekannten jüdischen Seite, ne, äußert natürlich auch Mitgefühl mit Menschen auf der israelischen Seite, ja, die dort Familien und Kinder verlieren, etc., ne, aber ihr Kampf ist natürlich flammend, da sie einfach, äh, auch diesen arabischen Background hat, ja, und dort eben gefühlstechnisch sehr verankert ist und ich finde, das ist immer ein Unterschied, zumindest konnte ich bisher nichts Gegenteiliges rauslesen, ob jemand herkunftsbedingt einfach mit seinen landsnahen Leuten mitfühlt, ja, und einfach Dinge unternimmt, also ich habe das ja auch schon getan, äh, ich kaufe kein Nestle, ich kaufe wahnsinnig viel nicht, bei dem ich sage, ich möchte, ich möchte dort nicht unterstützen, ich möchte mit meiner Kaufkraft, äh, moralisch gesehen, Beispiel Nestle, nicht unterstützen, dass dort Bauern in Zimbabwe enteignet werden, oder Kinder in Afrika sterben, weil ihnen Milchpulver vorenthalten wird, oder Trinkwasseraneignung, also es ist ein Muster, was ich kenne, dass man jetzt differenziert tiefer darüber sprechen könnte, dass die Investition, ähm, also dass ein, äh, israelisches Startup zum Beispiel vielleicht nicht Netanjau gesonnen ist, ja, so, also dass du vielleicht einem Startup schadest, ja, äh, was eigentlich gar nicht pro Regierungskurs ist, ja, dass das anteilig irgendwo hinkt, ja, oder sein potenzielles Defizit hat, ja, oder dass man darüber reden könnte, ja, ich weiß ja auch nicht alles, dass man da ein bisschen dialektisch drüber streiten könnte, das steht auf einem anderen Blatt, aber wenn ich dann sehe, also ich finde jemand, der sich halt so, also doch schon recht differenziert äußert, ja, wie Helene, wie irgendwelche komische Weißbrote bei die Welt in der Nachrichtensendung stehen und Antisemitismus für sich okkupieren, die, was ja auch eine AfD mittlerweile macht, ja, und, und die sich einen Scheiß um jüdisches Leben gekümmert haben vorher, ja, gar keinen Bezug haben, ja, und, Welt ist doch auch Axel Springer, das ist doch eigentlich bloß Bild mit einem anderen Anstrenger, Welt ist runtergebrochen, für mich eine Drecksfaschobude, ist doch so, das sage ich jetzt mal ganz polemisch, also ich weiß ich nicht, habe ich nie überprüft, aber ich, Welt hat definitiv immer irgendwelche rechtskonservativen Artikel, die definitiv in die Richtung pegeln, können wir ja mal nebenbei nachgucken, aber ich glaube, du hast recht, so, und, ja, da wird mir so ein bisschen schlecht, und, natürlich hat sie auch krass Hatesorm gehabt, ja, und, aber auch Bestätigung, also wenn du in die Post guckst, das ist ja was da reichweitenmäßig durch die Decke gegangen ist, ist halt krass, also wer sich da auch alles irgendwie solidarisiert, etc., und, ja, ich wollte da irgendwie kurz drüber gesprochen haben, wie, also erstens mal finde ich es irgendwie abgefahren, wie die Wege irgendwie nach Leipzig führen, und man jetzt irgendwie Leute kennt, die so breit in nationalen Medien besprochen waren, bei Lina E. war ja schon das Gleiche, ja, so, das war ja auch eine Freundin von, von, eine relativ gute Freundin von einem Kumpel, irgendwie, und auf einmal wird die so breit medial gesprochen, bei Helene irritiert es mich jetzt auch, irgendwie, ja, das, ja, und, und wo ich eigentlich hin will, weil so, was nehmen wir jetzt mit, ja, und welchen Appell ich auch senden will, ja, äh, kommt mal weg von diesem Schwarz-Weiß-Kram, ich kann es mir bei unseren HörerInnen schon vorstellen, dass sie definitiv die Komplexität des Lebens annehmen und auch darum wissen, ja, aber kein Thema ist in dem Sinne einfach genug, außer Björn Höcke ist ein Fascho, so, das, da können wir gerne in Headlines sprechen, ja, ähm, aber, ja, ist einfach genug, als dass die Realität nicht eine Graustufenbearbeitung verdienen würde, ne, so, und, äh, das ist eigentlich eher das, was mich nervt, ja, und dass das, egal, ob jetzt bei Impfgegnerschaft, Befürwortung, Russland-Versteher oder, oder Putin-Ablehner, äh, dass das immer, dass das immer irgendwie in Lagerbildung gipfelt, so, und das Thema Gaza-Israel ist komplex genug, dass man einfach vielleicht sich von sich aus schon denken kann, dass dort kein pauschales Urteil fählbar ist, also auch gerade bei Aktivistinnen, ja, die sich, die sich dafür irgendwie stark machen, und, ähm, ja, deswegen von, also selbst ich kann jetzt nicht zu eine Million Prozent sagen, dass ich da deckungsgleich, äh, hinter allem stehen kann, was Helene sagt und macht, ja, aber, äh, ich fühle mit ihr mit, so, ich fühle mit ihr mit, und ich finde, dass erstmal grundsätzlich die Intention und der Gedanke, dass Menschen Kollateralschäden werden, und dort Familien sterben, Zivilisten sterben, ja, und dass dort jemand einen Aktivismus dahinter setzt, ja, bedeutend mehr macht als viele andere, die sich als ausgewiesene Experten irgendwie die Birnen einschlagen, ne, so, und deswegen ist, finde ich, alles zugleich möglich, sich zu solidarisieren, mitzufühlen, und sie hat gestern noch relativ gut geschrieben, jetzt ist mal genug, über meine Personalie zu sprechen, sondern über das Thema zu sprechen, ja, so, und überall, wo Leid und Elend irgendwie stattfindet, ähm, kann man nur begrenzt was machen, ich denke, diese, diese Konsumschiene ist, je nach Kontext, nicht verkehrt, also, guckt euch an, oder man gucke sich einfach an, vielleicht eher wieder als Appell an mich selbst, was man so konsumiert, und wo man vielleicht auch Elend minimieren kann, äh, das, das ist nie verkehrt, ähm, aber, ähm, ja, also, statt irgendwelchen, urteils Sprüche zu fällen, sich vielleicht einfach zu informieren, und sich dialektisch auszutauschen, das ist so ein bisschen mein, mein Resümee, und dass Social Media halt schon wieder auch so seine Grenzen aufgewiesen hat, was diese, was die Komplexität dieses Themas angeht. Ja, es ist auch tatsächlich auf eine Art irgendwie der falsche Ort, um das auszutragen, also, um aufmerksam zu machen, ist es natürlich genau der richtige Ort, aber um es auszutragen, ist es genauso der falsche Ort, wie eine Talkshow im Fernsehen, wo eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde über ein Thema gesprochen wird, und danach war es das, und dann kommt irgendwas anderes halt irgendwie, also das, da wird man ja den Problemen nicht gerecht, so irgendwie. Aber da sagst du was krasses, der falsche Ort, um es auszutragen, aber als Spreading-Medium ist es halt auch super wichtig, und Instagram hat sich ja jetzt auf fünf neue Fokusthemen in ihrer Reichweitensteigerung geeinigt, Sport, Unterhaltung, und irgendeine andere Scheiße, aber Politik eben nicht, also politische Posts werden in der Reichweite von Instagram bewusst minimiert, oder von Facebook, so klein gehalten ist. Meta. Ja, Meta, genau, was halt, was halt auch kacke ist, weil das eigentlich wichtige Kanäle sind, also ich, auch da stehe ich dem Ganzen ambivalent gegenüber, weil irgendwie ist es anteilig wichtig, weil dadurch auch durch unabhängigere Medienberichtserstattung Dinge an die Öffentlichkeit gelangen können, aber die Austauschkultur ist natürlich toxic zum Teil. Also wo mein Gedanke die ganze Zeit noch so ein bisschen hängen bleibt, ist so diese, wie die neuen Rechten argumentieren, also wenn quasi die Rechten jetzt erstmal andere Leute mit Antisemitismusvorwürfen abwatschen, sag ich mal, dann ist man halt eben erstmal die Person, die das als erstes ausgesprochen hat, und dann ist es natürlich für die Gegenpartei, schwerer zu sagen, nee, ihr seid das doch in Wirklichkeit, weil, weil, weil du, also, was ist denn das für eine Argumentation, wenn du dann so, na du bist das, hä, nee, das bist du selber, so, das ist ja, das ist ja so Kindniveau irgendwie, und wie beschissen das ist, dass die Rechten das oft schaffen leider, ähm, dass alle anderen nur drauf reagieren. Ja, und das, du sagst so einen geilen Punkt, da muss man jetzt wirklich mal, weil wir brauchen, glaube ich, auch mal andere Lösungsansätze, als das nur noch zu bejammern, da muss man vielleicht auf eine krude Art und Weise mal Chapeau sagen, dass die das relativ gut machen, ja, und das, und da finde ich, sind auch erste Menschen da, die das relativ geil spielen, äh, du kannst doch auch mit kreativen Gegenangeboten kommen, du kannst doch auch mal auf pfiffig, spritzige Art und Weise, also die Parteien schaffen es auf Social Media auf jeden Fall nicht, um das mal vorneweg zu sagen. Es gibt so einzelne Leute, also zum Beispiel Heidi Rischnick von den Linken, ja, die ja auch hier aus dem Kreis Merseburg, äh, Halle, Leipzig kommt, ja, äh, die hat Alice Weidel als erfolgreichste TikTok-Politikerin überholt, ja, was, was ich halt, äh, ziemlich geil finde, und ich finde auch, äh, äh, ich habe vor kurzem ein Interview mit Karl Lauterbach gelesen, ähm, wo ich jetzt auch nicht hinter allem stehe, wo ich aber gedacht habe, okay, das finde ich auch relativ cool, da ging es nämlich darum, dass er sich ebenfalls einen TikTok-Account macht und bei Insta dreht er ja auch durch, äh, weil, ja, das sind nun mal die Orte, du kannst jetzt die ganze Zeit, äh, äh, jammern und betrauern, äh, dass, dass du China quasi deine Datenlage in die Hände spielst, aber das sind die, die Orte, wo eine AfD überrepräsentiert ist und Leute abholt, ja, so, und, ähm, und ich glaube, ähm, wir brauchen Eindeutigkeiten, wir brauchen weniger Figuren, die in die Defensive gehen und irgendwelche rechten Argumente, äh, widerlegen, sondern wir brauchen pfiffige, spritzige Leute, denen irgendwie zugetraut wird, die Zukunft zu gestalten, ja, ich glaube, darum geht es eher, und, und jetzt, also, ja, man kann das benennen, du musst halt so, ich glaube, ich kann mir, ich glaube fast, man muss so ein Stück weit populistisch aber dabei sein, weißt du, und das ist halt die Sache. Populismus ist, das habe ich ja auch neu gelernt von, von Adam Tooth zum Beispiel, ist erst mal, das ist natürlich sehr rechtskonnotiert, weil Josef Goebbels das Game halt mies gespielt hat, ja, aber das ist grundsätzlich erst mal ein Neutralitätsbegriff, den du mit, den du links, rechts spielen kannst, ja, so zum Beispiel, natürlich wird der erst mal, weil, wie willst du es denn machen? Du musst ja auch so Bild-Zeitungs-Überschriften mäßig halt gambeln dabei, um halt eben erst mal mit aufs Spielfeld zu kommen und dann nicht die anderen Überschriften aushebeln, sondern du musst selber die Überschriften machen, die erst mal, die erst mal, boah, machen irgendwie, das weiß, also ich finde das gefährlich zeitgleich irgendwie, weil natürlich irgendwie links sein bedeutet ja, dass man eigentlich genau hinter solche populistischen Fassaden guckt und sich ja eigentlich Systeme und eigentlich Systeme infrage stellt, aber das funktioniert nicht, also nicht auf Social Media, was halt ein wichtiger Austragungsort ist. Ja, voll, genau, ja, oder vielleicht, vielleicht denken wir halt in begrenzten Kategorien, man kann das jetzt Populismus oder über einfache Wahrheiten und Headlines arbeiten nennen, ja, ist man glaube ich auch bei so einer Sarah Wagenknecht glaube ich ganz schnell irgendwie. Ja, 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 total, also das, das Spannende ist halt, du kannst verschiedene Sachen machen, du kannst es nutzen, kannst Erklärungsangebote machen, weil was ja so aktuell fehlt ist, du, du kriegst ja Menschen über Falschinformationen, ja, so, du dockst dich erst mal an ihre Sorgen und Ängste an und, äh, suggerierst denen, dass du irgendwie die richtige Person bist, das, äh, das in den Griff zu bekommen, so, und die Leute werden nicht in die Wahlprogramme gucken, die würden erst später merken, dass sie halt wieder gezinkt wurden, ja, weil ihnen erzählt wurde, ähm, dass sie, ähm, ja, dass sie ihr Vertrauen in die Falschen setzen sollen, so, und, ähm, von daher musst du halt schauen, dass du das irgendwie als Bildungsangebot nutzt und komplexe Themen nach, sag ich mal, ein bisschen dolmetscht und erklärst, ja, äh, jetzt aber weniger darüber rumheulst oder das, äh, die Rechten, die erzählen falsche Scheiße und die haben uns die WählerInnen weggenommen und so, ja, so, sondern eben, äh, einfach frisch und frech und mit Bums da reingehst und, äh, ja, die Leute für dich eben abholst, ja, so, also du musst davon ausgehen, das ist ja, das ist ja das, 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 das Krasse, also, also, keiner braucht irgendwie, gerade Olaf Scholz, der immer in, in so einer monotonen Unaufgeregtheit erzählt, ja, aber wir haben das doch gemacht, wir haben doch einen Mindestlohn angepasst und plan, jeder, vor kurzem war der bei irgendeiner Handwerkskammerveranstaltung oder so oder Bundesverband Industrie, Kackwurst, keine Ahnung, äh, und die waren halt alle super frustriert, das haben sie auch danach gesagt, so, die waren alle höflich, ja, aber die haben gesagt, da war jetzt nichts dabei, was man irgendwie, wo man das Gefühl hatte, es wird linear auf meine, auf meine Sorgen reagiert oder so, ja, so, und, ähm, genau, du hast diese, du hast diese ganzen modernen Medien und du hast dadurch, natürlich hast du auch eine sehr, sag ich mal, negative, äh, äh, Seite, Ader, wie auch immer, aber du hast auch Opportunities, so, die sich daraus ergeben, ja, und, ähm, die sind auf jeden Fall seitens Mitte, links, whatever, nicht richtig ausgeschlachtet, also, da kannst du auf jeden Fall noch vorpreschen und ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt langsam angekommen ist und, äh, dass auch vielleicht die, diese ganzen Namen, äh, Scholz, Söder, Merz, ja, die sind doch jetzt langsam verbrannt, also, die müssen doch, du kannst mir doch nicht sagen, dass, äh, wenn das für die nächsten acht, zwölf Jahre immer noch die Personalien sind, das haben sich doch schon, ein beliebtester Bundespolitiker ist doch zum Beispiel jetzt, äh, der aktuelle Verteidigungsminister, zum, zum Beispiel Pistorius, oder wie heißt der hier, wie, also ich hab's gerade falsch ausgesprochen, der irgendwie wie Armin Laschet aussieht, witzigerweise. Pistorius ist doch richtig. Pistorius, ja, genau, genau, richtig, ja, so, es braucht halt und auch, auch eine Linke, äh, ich hab mir mal ein Video angeguckt zum Parteiprogramm der Europawahl, was sehr positiv hervorgehoben wurde, ist, ne, äh, na, genau, äh, dass die unter, wie revitalisieren kann, ähm, ich greife mal die Vokabel von Jans Gudlarek, Zwangsoptimismus auf, die brauche ich nämlich manchmal zum Weitermachen, ja, dass wir, ähm, ja, vielleicht auch einfach darüber reden, dass die, die, die Frustrationskanäle, Lindner, Scholz, wie sie alle heißen, dass das so ein bisschen die PolitikerInnen von morgen sind, und die anderen, weil ich denke, du hast eine Halbwertszeit, als, als, als so eine Figur, ja, so, und dass die Nächsten, die noch nicht so vorbelastet, konnotiert, whatever sind, dass die einfach diese, diese, äh, ganzen Kanäle für sich ein bisschen intelligenter und spritziger zu spielen wissen, ja, die, die Hoffnung habe ich so ein bisschen, ja. Ich hoffe auch, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo Social Media einfach nicht mehr ganz so die Rolle spielt, aber dann gibt es wahrscheinlich wieder andere Hebel, die ich auch nicht gut finden würde, so, ich meine, das hat ja auch früher schon funktioniert, Menschen zu, zu lenken und in eine Richtung zu drücken, so. Ich muss mich loben, also, ich habe, äh, Durchschnittszeit, ich habe ja die App eine Zeit lang runtergeschmissen, ja, als Entwöhnung, Durchschnittsaufenthaltszeit, dort ist jetzt bei mir so 15 Minuten am Tag, gegenwärtig. Lasch, sage ich da, der Lasch, da ist Luft nach oben. Das ist Armin Laschet, ja. Ich habe, vielleicht noch kurz anknüpfend, weil es irgendwie inhaltlich artverwandt ist, ähm, ich habe einen Podcast gehört, die Woche, fünfteilig, Cut, heißt der, C-U-T, Cut, und, ähm, da geht es da drum, was in der Silvesternacht 2015 in Köln passiert ist und wie sich das ausgewirkt hat politisch. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Ey, das war, das war ziemlich eine wilde Nummer, ein wilder Ritt fand ich. Ja. Das ist echt abgefahren gewesen nochmal. Also wie, wie sich das, wie das wirklich eine maßgebliche politische Veränderung herbeigeführt hat, wie das, das ist, also der, der Einzug der AfD in den Bundestag ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, weil die das instrumentalisiert haben. Also das mal so als Drop, als Fact Drop, so nebenbei, da werden noch ganz viele andere Sachen besprochen innerhalb des Podcasts, auf jeden Fall abgefahren, ja. Um das nochmal kurz zu, zu repetieren, äh, dort in dieser Silvesternacht haben Menschen mit Migrations-Background alkoholisiert, äh, ja. Sexuell übergriffig und Diebstähle begangen. Okay, okay, ja, klar. Also das wird auch nochmal sehr genau aufgerollt, was da passiert ist, Erfahrungsberichte, Polizeiberichte, da wird nochmal geguckt, was da alles passiert ist und, also Fakt ist ja, dass es passiert ist und das Schlimme ist halt, dass es dann halt von der AfD wieder, ähm, instrumentalisiert wird, als der gewalttätige, kriminelle Ausländer, junge Männer vor allen Dingen, bla bla, ähm, ähm, aber das Problem ist ja eigentlich Patriarchat, also das Problem ist ja an der Stelle eher die männlichen, äh, also nicht das, wo die herkommen, sondern patriarchale Strukturen und, ja. Aber hört euch gerne den Podcast an, da kriegt ihr auf jeden Fall viele geile Informationen. Und da sind wir wieder bei Themen, wie sie, wie ich sie gerne bearbeitet, bearbeitet sehen würde, ne, also für die, für die, sag ich mal, äh, migrationsfreundliche Seite ist es immer schwierig und du selber bist schnell in eine Ecke geschoben, wenn du sagst, ey komm, lass uns über die Probleme reden, nämlich, dass, äh, also in gewissen Kulturen und Religionen andere Frauenbilder herrschen und dass, wenn Menschen hierher kommen und auf freizügig, äh, gekleidete Frauen, die das aus einer Selbstbestimmung heraus machen, äh, rumlaufen, dass es da definitiv Übergriffe geben wird, dass es da ein kulturelles Problem gibt und dass wir deswegen in einer Art Dialog müssen vorher. Und wir wieder, also selbst da können, weißt du, kann man dich vorschnell zum, 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 zum Fascho ausrufen, äh, aber das Thema Integration ist ja für beide Seiten frustrierend geregelt, ja, für Menschen oder diverse Menschen, die jetzt nicht Ärzte, Anwälte oder sonst was sind, die sich mit einer relativ gut, guten Lernfähigkeit, schnell in Sprache, Kultur, etc. und beruflich hier etabliert haben, ja, aber für Otto Normalverbraucher, also, ne, die 80, 90 Prozent aus dem Hamsterrad, wir erinnern uns, Anfang der Folge, ähm, äh, dass, das, es ist frustrierend für, äh, für Menschen, die hier leben und dann, äh, Sicherheitslücken empfinden und es ist frustrierend für Menschen, die woanders herkommen und die sich ausgestoßen und nicht angenommen fühlen, ja, und, oder was heißt nicht angenommen, also, jeder Mensch braucht ja, wir gehen mal in die positiven Aspekte des Hamsterrades, ja, äh, viele Leute haben ja hier ihre Aufgabe, ne, ne, und leben auch von, äh, von dieser Identifikation, Teil der Gesellschaft zu sein, ne, egal, ob sie jetzt gerade was übers Kassenband ziehen oder, äh, 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 ja, Gefäßchirurg für, für Kinderherzen sind, whatever, ne, so, also, du hast diese positive Rückkopplung deiner Aufgabe, die du erfüllst, ja, ich will jetzt nicht in diese ökonomische Bewertung von Menschen gehen, du bist natürlich noch viele andere Rollen mehr als nur derjenige, der irgendwie seinen Teil beiträgt, ne, so, das ist jeder, man darf auch rein... Und eine Gesellschaft sollte das ja auch aushalten können, wenn nicht alle ÄrztInnen, AnwältInnen oder sonstiges sind. Genau, richtig, genau, ja, und, ey, es darf von mir aus, also auch Rainer Langhans... Nicht nur aushalten, es gehört sogar in eine gesunde Gesellschaft dazu, dass es eben so mannigfaltig ist. Voll, genau, so, genau, also, es darf, es dürfen auch strategisch... Also, jeder darf für sich entscheiden, sein Produktivitätslevel auf 20-Stunden-Woche oder 60-Stunden-Woche zu fahren, ja, also, das sollte optional eben, je nachdem, wie man so tickt, ähm, äh, auswählbar sein, ne, aber trotzdem ist es für dich, also, ich frage dich da auch so ein bisschen, wie du dich in deiner Rolle des Arbeiters fühlst, äh, du hast es unterschiedlich dosiert, ne, hast mal viel gegeben, weniger gegeben und jetzt auf einer gesunden Mitte und bei mir ist das natürlich auch, ne, ne, das Gefühl, gebraucht zu sein und das Geld auf deinem Konto verdient zu haben, macht dich aus, ne, als, als, also, das ist ein Teil, der dich ausmacht und dich auch irgendwie gefühlt, äh, autonom, selbstständig fühlen lässt. Das ist, das ist, ich finde, dass das auch, ähm, DDR-Sozialisierung ist, weil natürlich Menschen dort durch ihren Beruf ihre gesamte Identität untermauern konnten und dadurch auch, und das ist natürlich auch Teil meines Lebens gewesen, akademische Werte konnte ich für mich nie so richtig abrufen. Ich, äh, hab kein Abi, ich hab natürlich nicht studiert, ich konnte aber zu einer Zeit einen gesellschaftlichen Wert für mich daraus erorten, also verorten, dass ich, ähm, etwas produzieren kann, dass ich etwas herstellen kann mit meinen Händen und das ist für mich, äh, sehr identitätsstiftend gewesen und das sollte man, natürlich ist es schön, wenn man ein Hobby hat, wenn man, wenn man Sachen hat, denen man sich privat, persönlich irgendwie widmen kann und so weiter, aber es gibt auch viele Menschen, die haben das nicht, können sich das vielleicht nicht leisten, sind in Umfeldern, wo man nicht auf die Idee kommt, sowas vielleicht zu betreiben oder so und da gibt's halt andere Kanäle, die vielleicht weniger erbaulich sind, so und, ähm, den Leuten, die dann ihre, 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 identitätsstiftende Fähigkeit durch die, durch die Arbeit einholen, ich finde, auf die sollte man auf gar keinen Fall verachtend blicken, so, das ist, das ist mega, mega wichtig, weil die Menschen, die sind ja für sich selbst trotzdem viel wert und das sind die auch für die Gesellschaft und da sollte man halt auch nicht irgendwie, ja, also, da, also Menschen, die dann so, äh, die ArbeiterInnenklasse abwerten durch, durch, auch manchmal hochnäsige, vielleicht auch lustig gemeinte Sprüche, ja, finde ich nicht so richtig geil eigentlich. Ja, vor allem, wie ist denn der Unterschied zum, zum nächsthören, ne, ich sag nur diese, diese Zeile von Nico K.I.Z., im Fernsehen lachst du Bauern aus, die genauso dumm sind wie du, oder so, also nur, weil man irgendwie da und dort ein Quäntchen mehr hat, ja, ähm, so, also, also ich könnte jetzt auch ruckartig in, in, äh, akademische Haushalte rein clashen, wo man mich halt auch schnell herablassend und, äh, dumm machen könnte oder so, also, ne, es gibt ja immer Abstufungen in, in, in alle Richtungen, so, das, deswegen, ähm, fühle ich, oder bin, ich bin eher dankbar für das, was ich kann, was ich machen darf, wen ich kenne, was ich vorhin auch, was wir zusammen appreciated haben, ähm, 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 genau, und, ähm, ja, aber wo, 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 wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, genau, sicherlich, wenn ich da jetzt rausgucke und ich sehe jemanden, der, äh, nur mit der Hälfte seiner natürlichen Zähne im Mund gerade zum Fußballspiel XY geht oder so, dann, äh, will ich eigentlich weniger, äh, Befremdlichkeit oder Herablassung empfinden, sondern eher Dankbarkeit dafür, dass ich, äh, mein Lebensmodell so habe, ne, mit allen Wegen und Möglichkeiten so, und, äh, ja, und vielleicht, was du gerade gesagt hast, das, das, äh, die Flasche Bier und der Fußball, der ist ihm halt nicht unwichtig, ne, das ist irgendwie sein Weg gewesen und, äh, ich würde mir eher, wenn du sagst Patriarchat, ich füge immer, vorhin, ne, ich füge immer noch den Kapitalismus dazu, ich würde mir halt, aber da sind wir natürlich wieder in Utopia, mehr Chancengleichheit, mehr Bildungs- und Erfüllungsangebote für noch viel mehrere Teile der Gesellschaft wünschen, so, weil das ja, das ist ja determiniert, wenn, wenn jemand in dem Milieu groß wird, dass er dann eben Möglichkeiten limitiert ist, müssen wir ja gar nicht drüber reden, und da ist Herablassung, äh, die, die letzte menschliche Emotion, die dem gegenübergestellt werden sollte. Ich wollte auch noch was, ähm, der Ungebildetheit gegenüber, dazu wollte ich auf jeden Fall noch mal was ausdrücken, also gerade jetzt zu, äh, zu dem Fakt so, dass, ähm, dass da übergriffige arabisch aussehende, also das ist jetzt das Zitat von den Menschen, die betroffen waren, ähm, arabisch aussehende Männer, äh, die kriminellen sind, und das dann dadurch so eine pauschale Vorverurteilung stattgefunden hat. Ich finde halt, das geht schon mal an der Stelle los, wo erst mal Afrika in vielen, ich glaube, in sehr vielen Gesellschaftsschichten erst mal als das Land wahrgenommen wird, oder zumindest als ein großer Fleck Erde, wo man gar nicht die einzelnen Länder unterscheiden kann, weil man einfach gar nicht über das Wissen verfügt. Wenn ich dann über, ich weiß nicht mal, ob arabisch der richtige Überbegriff ist, sicherlich gibt's da ein richtigeres Wort, das ich aber nicht kenne, dass man halt so Leute aus Marokko, Syrien, Ägypten, äh, Iran, Irak erst mal so als arabisch abstempelt, ich weiß nicht, gibt's, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich nehm das jetzt grad mal als das Wort her, ähm, dass man da auch gar nicht zu unterscheiden weiß, dass man weder in den Nationalitäten, also selbst unter, na, selbst unter einer Nationalität kannst du ja nicht alle Menschen, äh, pauschalisieren, du hast immer Unrecht damit, so, erst mal das von weg, und wenn du dann noch versuchst, mehrere Nationalitäten zu pauschalisieren, dann funktioniert das genauso nicht, und dann geht's halt weiter, wenn du über irgendwelche Religionen sprichst, oder wie sind die, äh, wie sind die, ähm, ähm, progressiv aufgestellt, oder auch nicht, das merkt man, man sollte sich dem Fakt bewusst sein, dass man's vielleicht auch einfach nicht weiß, und man sollte dann auch ehrlich zu sich selber sein, dass man sich eigentlich keine Meinung machen kann in einer Welt, wo immer alle eine Meinung haben, sollte man aber auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ey, ich weiß darüber nicht Bescheid, ich kann darüber nichts sagen, und das, und damit kann man wenigstens, ähm, Vorurteilen, meiner Meinung nach vorbeugen, indem man sagt, ich weiß es nicht, ich kann das nicht vorverurteilen, weil, oder ich kann da keine Meinung, oder über eine, über eine Ahnung zu einer Meinung kann ich nicht zu einem Vorurteil kommen, und, ähm, es gibt ja genauso Christentum in Arabischen, im Nahen Osten, da gibt's ja genauso Christentum, und die Menschen, die kommen hierher, und man denkt sich vielleicht erst mal, okay, das sieht jetzt aus wie, ich denke, dass jemand aus, ein Irak aussieht, und so, und der macht bestimmt gerade Ramadan, aber der ist in Wirklichkeit Christ, hat mit all dem überhaupt nichts am Hut, und genauso ist es halt auch mit den patriarchalen, ähm, Gesellschaftsbildern so, da gibt's dann halt eben Menschen, die sind, ähm, also wie auch in dem Podcast, ähm, Cut, ähm, der, der, der Journalist, der da berichtet, der ist, äh, ursprünglich aus Syrien geflohen, und der ist zum Beispiel so aufgewachsen, ähm, dass er auch in Freibädern sich bewegt hat, wo, ähm, ähm, Frauen in Bikini rumgelaufen sind, also auch da ist quasi, wenn man vielleicht denkt, dass da irgendwie immer alle Frauen verhüllt werden oder so, das stimmt halt nicht, es gibt, es gibt diese Menschen, aber das ist nicht allgemein gültig. Hast du ja an dieser iranischen Bewegung gesehen, ne, so, dass das nicht, äh, und das ist, also, ne, das sollte eben jedem freistehen, ob er sich verhüllt oder nicht verhüllt, und, äh, ja, da sind wir in Pauschalisierungsproblemen, definitiv, aber das ist ja, also ich find's eher schöner, informations- und verhandlungsoffen zu sein, äh, und das wissen wir ja auch, jede oder die Bearbeitung jedes Konflikts im, im privaten Bereich, äh, führt in die Tiefe. Ja. So, mit unterschiedlichen Spezifika, die... Man hätte es halt immer gerne einfach, aber so funktioniert's halt nicht. Nee. Nee, nee, voll. Das ist schon utopisch, so, und das, äh, gesellschaftlich zu moderieren, ist sicherlich nicht einfach, ja, äh, aber durch das Zulassen, äh, des Runterbrechens einfacher Wahrheiten und auch der Steuerung durch einfache Wahrheiten oder simple Geschichten. Wir waren ja auch, ich greife immer wieder diese These auf, dass wir über Geschichten funktionieren, Religion, äh, ist ja nicht, nicht, nicht anders, ja, so, und, ähm, Geschichten sind ja auch einfach, so, in Märchen, äh, gab es ja auch früher eindeutige Bösewichte, BösewichtInnen, wie auch immer, äh, die dann halt funktioniert haben, ne, so, die, die, äh, Hexe... Die böse Stiefmutter. Die böse Stiefmutter, die... Das wurde ja diversifiziert, ne, also, so, wenn dir jetzt zum Beispiel, Disney ist ja irgendwann auch auf den Trichter gekommen, Studio Ghibli war es schon immer, äh, wenn du jetzt so einen Film wie Maleficent nimmst, äh, in dem, in dem die böse Fee aus, äh, Aschenputtel, ähm, ne, nicht Aschenputtel, aus Dornröschen quasi, äh, vielschichtiger wird. Es ist von Angelina Jolie, wird die gespielt. Es ist ein ganz geiler Film eigentlich, wenn man so Fantasy-affin ist, ja. Äh, und da siehst du halt, da gibt's eine individuelle Geschichte, es gibt Kränkungen, es gibt verschiedene Interpretationen, äh, dieser Geschichte, ähm, und, ähm, ja, auf, äh, und, und, und da dann einzusteigen und das Ganze irgendwie zufriedenstellen für beide Seiten zu moderieren, impliziert halt immer Kompromisse, so, und wir müssen zu gesellschaftlichen Kompromissen, so, und dass die, äh, jetzt sind wir wieder bei unserem, äh, Lieblingswort multifaktoriell, äh, äh, zu betrachten, umzusetzen und, äh, auch immer wieder anzupassen sind, ja. Ja. Also, das ist ja, die, die Gegebenheiten verändern sich ja auch immer, so, die, ähm, Voll. Völkerrechtskonvention, äh, von vorgestern sind ja heute teilweise schon wieder obsolet, ja, so, und, ähm, ich verstehe halt die Leute, die super, ähm, resigniert, äh, oder konstaniert halt mittlerweile sagen, äh, der Mensch ist ein Auslaufmodell, da wird's nie hinbekommen, ja, das ist, äh, äh, ich mein, über 2000 Jahre Palästina-Israel-Konflikt sind ja irgendwie auch was, was, was dafür spricht, ja, so, aber, aber auch da muss man, äh, tragisch, äh, Stichwort Zwangsoptimismus schauen, ähm, dass man, ähm, welche Welt willst du sehen? Wo, also, na, wo, wo willst, wo willst du leben? Welche inneren Stellschrauben willst du gedreht haben? Ähm, äh, dann gestatte mir doch den Optimismus, äh, die, der Vielschichtigkeit des Lebens wenigstens im Versuch gerecht zu werden und, äh, Gespräche zu forcieren und mich mit Menschen auszutauschen, die, die Heterogenität der Sache annehmen, ja, und, äh, das irgendwie, da sind wir wieder bei unserer lieben Knotenlöserin, ne, äh, äh, die Knoten auszuhalten lernen, ja, ähm, das gehört dazu und das ist super schwierig und ich merke auch selber als Mensch, wie ich, äh, limitiert bin, wie ich selber zu, äh, Pauschalisierungen trotzdem immer wieder neige, ja, aber eben dankbar bin, dass immer wieder neuer Austausch möglich ist und intelligente VertreterInnen auf der Bühne, äh, erscheinen, die, äh, eben andere Dinge sagen als, äh, ja, was weiß ich, Alice Weidel, das liegt an den, äh, an den Pashas und, und, äh, Messer, was hattest du gesagt? Ich weiß gar nicht, irgendwas scheißegal ist, ja, ja. Genau, und, äh, wie erfrischend das ist, sowas einfach widerlich zu finden und abzulehnen, ja, ähm, genau, ähm, ja, ähm, ja, also, ein, ein, ein leidliches Thema, das wir auch immer wieder unter Nutzung verschiedener Anekdoten aufgreifen und ich bin, ich bin dessen auch nicht müde, weil das wird sich bis zu unserem Ableben nicht erledigt haben, ja, so, und deswegen, äh, schwenke ich, äh, die Flagge für Humanismus, Verständnis und wenigstens die Bemühung zur Lösung des Konfliktes, auch wenn es natürlich hier und da seine Grenzen hat und manchmal auch dystopisch ist. Wollen wir so beenden? Ja, schon, oder? Ich weiß gar nicht, was die, was die Zeit sagt, aber... Anderthalb Stunden. Ja, wäre auf jeden Fall albern, jetzt nochmal... Also mehr, nee, wir sind schon gleich bei zwei Stunden. Ja, das ist, das ist ja auch das, was wir den, was wir den Zuhörer entschuldigt haben. Leute, die letzte Folge, die war ja bloß eine Stunde, da können wir jetzt hier auch mal rausballern. Ja, aber die war, die war, die war lustig, die war irgendwie ulkig. Sehr dicht. Ja, auf jeden Fall, ja. Hab leider keine, keine grafischen Zusendungen bekommen, wie gesagt, äh, Kippi, der Glatzkopf, freut sich immer noch über seinen Disney-Rollout. Und, äh, ja. Ja, unsere Playlist haben wir schon vollgepackt. Achso, ja, ich, äh, pass auf, warte, ich hab noch eine Idee, ähm, ich mach ein paar Bike-Punk-Remixes drauf, und zwar den, pass auf, den von Paul Kalkbrenner, den, den, den Hans Zimmer, Bike-Punk-Remix. Hä? Warum gibt's denn die nicht bei Spotify? Jetzt bin ich auch nicht. Nee, gibt's nur bei Soundcloud. Ja, okay. Aber wär eigentlich mal eine geile Sache, so, so im Stile, im Stile Paul Kalkbrenner, im Stile, äh, ja, warte, Def-Punk-Remix, Bike-Punk, das hast du wahrscheinlich nicht mal selber gewusst. AI, alles AI generiert. Ja, auf jeden. Äh, ich wünsch dir schöne Gespräche, gesunde Momente, der puren Selbsterfüllung, und, äh, ja, wenn das Hamsterrad mal drückt, dann machen wir eine Runde Twitch-Memory. Ich wünsch dir eine erfolgreiche Zeit bis dahin, und eine bereichernde Zeit, und dann sehen wir uns wieder, und ich freu mich auch auf euch alle, die ihr zuhört, die uns schreiben, Feedback bringen, oder auch nicht, und wenn ihr einfach bloß zuhört, ist das auch schön, und, äh, weil ihr seid dann zwar auch bloß eine Zahl für uns in der Statistik, aber irgendwie eine Zahl, die einem das Gefühl gibt, als ob man nicht der Einzige ist. Ich, ich küsse eure Ohrläppchen. Ciao, ciao. Und, äh, ja, 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 ja,